Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Willkommen bei Audible. 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 Die Wahrscheinlichkeit, Willkommen bei Audible. 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 alles zu zeigen. Ich kann es kaum erwarten, deine neuen Freundinnen kennenzulernen. Schade, dass Venus und ich nicht mit dir nach Skaris gereist sind, denn dann wären die beiden jetzt auch unsere Freundinnen, erklärte Rebecca und betrachtete Captain Sand, deren linker Flügel bei jeder Bewegung leise quietschte. Ich glaube fast, da braucht jemand einen Ölwechsel bei Ratter und Knirsch. Die Sonne gab weiterhin ihr Bestes, aber die drei Monstermädchen waren in Gedanken bereits bei den Dingen, die vor ihnen lagen. Zunächst war da natürlich die aufregende Aussicht, all ihre Schulfreunde wiederzusehen. Dann die viel weniger aufregende Aussicht auf Unmengen von Hausaufgaben und schließlich das immer noch ungelöste Rätsel um den geheimnisvollen Monsterflüsterer. Rebecca, die grundsätzlich mit allem herausplatzte, beendete das Schweigen. Ich kann nicht aufhören, an Signore Vitriolas Warnung zu denken. Glaubt ihr, dass er recht hat? Wird der Drahtzieher der Monsterflüsterei wirklich schon bald zurückkommen? Oh, schon bei dem Gedanken daran platzt mir der Kessel. Silt ihr plär, Rebecca. Du solltest deinen Kessel nicht so früh am Tag zum Platzen bringen, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Es war wirklich eine gruselige Zeit, als Schüler und Lehrer nicht mehr eigenständig denken konnten, bemerkte Rochelle ernst. Ich denke, ihr seid beide auf dem Holzweg. Es geht nicht darum, ob die Verantwortlichen zurückkommen, sondern vielmehr darum, ob sie uns jemals verlassen haben, gab Wienes zu bedenken. Spielst du damit auf Miss Flapper an? fragte Rochelle. Ich weiß nur nicht, ob ich Miss Flappers Geschichte glauben kann. Zugegeben, sie ist ganz bequem für sie. Sie behauptet einfach, sie hätte auch unter einem Flüsterbann gestanden und damit ist sie nicht für die Gehirnwäsche verantwortlich, die sie der ganzen Schule verpasst hat, erklärte Wienes und gab sich keine Mühe, ihr Misstrauen zu verbergen. Aber du hast doch Miss Flapper gesehen, als ihr klar geworden ist, was sie getan hat. Sie war am Boden zerstört, erinnerte sich Rebecca. Hallo? Das war Schauspielerei. Nee! Manchmal war Rebecca so naiv, dass Wienes nur den Kopf schütteln konnte. Im Moment können wir unmöglich mit Sicherheit sagen, ob Miss Flapper hinter dem großen Wispern gesteckt hat oder ob sie selbst auch noch ein Opfer war. Aus diesem Grund müssen wir pausenlos die Augen offen halten. Natürlich nur, wenn nicht gerade etwas Gefährliches auf unsere Augen zufliegt oder wir schlafen, stellte Rochelle mit ernster Miene fest, während Wienes und Rebecca größte Mühe hatten, nicht loszuprusten. Hi Leute! Wie sagt man so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm, rief ihnen das im lässigen Freizeitlook gekleidete Seewesen Laguna Blue zur Begrüßung entgegen. Sie wurde von ihrem Teilzeitfreund Gil Weber begleitet. Laguna! Gil! begrüßten Wienes, Rebecca und Rochelle die beiden. Sie waren froh, dass der Schultag jetzt endlich begann. Morgen Mädels! sagte Laguna freundlich mit ihrem australischen Akzent und dann schlossen sie und Gil sich einem Trupp Zombies an, der langsam auf den Eingang der Monsterhai zuschlurfte. Schicke Frisur, Rochelle! rief eine perfekt gestylte Wehrwölfin anerkennend, als sie an den Freundinnen vorbeikam. Merci beaucoup, Claudine! Rochelle griff ganz verlegen nach ihrem Haarknoten, der von dem gelben Tuch perfekt an seinem Platz gehalten wurde. Wow! Habt ihr Claudine gesehen? Die Haare, die Klamotten, die perlenweißen Fänge! Sie sieht einfach spitze aus, findet ihr nicht? fragte Rebecca, während ihre Mitschülerin hocherhobenen Hauptes in ihrem purpurroten Keilsohlen-Sneakers davonstolzierte. Hat hier gerade jemand Fänge erwähnt? schaltete sich Draculas Tochter Draculaura mit einem Augenzwinkern ein. Das hellhäutige Monster mit den pink-schwarz gestreiften Haaren hob den Strohhalm ihres Eisenshakes an ihren perfekt geglosten Mund. Als vegetarischer Vampir blieb ihr keine andere Wahl, als ihre Nahrung mit Eisenshakes zu ergänzen. Zum Glück hatte sie schon vor langer Zeit gelernt zu trinken, ohne ihren Lippenstift zu verschmieren. Hey, Draculaura! rief Rebecca ihr freudig entgegen, während Venus und Rochelle winkten. Draculaura war stehen geblieben und blinzelte gegen das helle Morgenlicht. Ich würde zu gern bleiben und mit euch schwatzen, aber diese Sonne ist eindeutig nicht vampirfreundlich. Ganz deiner Meinung! Mir verschmort sie die Kontakte! verkündete Frankie Stein, die mintgrüne Tochter von Frankenstein war hinter einem vorbeikommenden Wehrwolf hervorgetreten. Wow, Frankie, tolle Nähte! Draculaura nickte anerkennend. Danke, ich habe die ganze Nacht genäht, aber ich wollte unbedingt am ersten Schultag mega krass aussehen. Oh, super! murmelte Venus sarkastisch. Übt schon einmal euren Hofknicks. Die Prinzessin ist im Anmarsch. Mit ihren prunkvollen goldenen Bandagen und dem funkelnden Juwelenkopfschmuck war Clio Dönal wirklich schwer zu übersehen. Das galt besonders, wenn sie ihren gutaussehenden Freund Doos Gorgon im Schlepptau hatte. Ihre Beziehung war der Beweis dafür, dass sich Gegensätze tatsächlich anziehen. Während Clio außerordentlich anspruchsvoll war, um es freundlich auszudrücken, war Doos ein gutmütiger und cooler Typ. Hey, Rochelle, begrüßte er sie. Natürlich wurde sie sofort rot und eine ganze Horde Schmetterlinge flatterten in ihrem Bauch herum. Rebecca, Venus, wie geht's euch? Doos? Die Sonne ist wirklich heiß, genau wie ich, unterbrach ihn Clio, packte seinen Arm und zog ihn mit sich. Lass uns reingehen, bevor mir die Wimpern wegschmelzen. Nur Sekunden nachdem die beiden außer Hörweite waren, grinste Venus Rochelle mit gehobenen Brauen an. Na, sehr verknallt? Wie du wohl weißt, bin ich nicht mehr mit Garotte du Rock zusammen. Das ändert aber nichts daran, dass Doos und Clio immer noch ein Paar sind und dem Gargäufer Eitenskodex zufolge? Er spar uns den Inhalt, wir haben es kapiert, fiel Venus ihr ins Wort, denn sie ahnte plötzlich Böses. Ihre Ranken flatterten beim Anblick der schlanken, orangefarbenen Wehrkatze, die nun auf sie zukam. Toralee Stripe, das Wehrkatzenmädchen mit dem gestreiften Gesicht und den spitzen Ohren, war eine der schwierigsten Schülerinnen der Monsterhai. War das Clio? schnurrte sie mit einer perfekten Mischung aus Hochnäsigkeit und Verachtung und schnippte sich den pelzigen Pony aus dem linken Auge, das von einem dunkel-orangefarbenen Fleck umrandet war. Ich dachte, ich hätte etwas gerochen. Clio steht auf Parfums. Gerüchten zufolge hat sie eines für jeden Tag der Woche, bestätigte Rebecca. Ich kann leider keins tragen, weil mein Dampf es sofort wieder abwäscht. Eigentlich meinte ich den Geruch von etwas Verdorbenem, etwas, das schlecht geworden ist, verbesserte Toralee Rebecca. Kommt schon, Monster, wisst ihr denn gar nichts? Mumien sind vermordert. Toralee, es ist meine Pflicht als Gargäuel, Missverständnisse auszuräumen. Aus diesem Grund muss ich dir versichern, dass Mumien keinesfalls vermordert, sondern vielmehr sehr gut konserviert sind. Um es in einfachen Worten auszudrücken, Clio leidet weder unter Vollnis noch unter Zersetzung, erklärte Rochelle sachlich. Toralees Augen verengten sich zu schlitzen. Sie ließ ihren Blick über Rochelle wandern, von den silbernen Pieptos bis zu den schimmernden rosa Locken. Jetzt wird mir alles klar, zischte Toralee. Du ziehst dich mit Absicht genauso an wie Miss Schülerschreck. Ich muss allerdings zugeben, dass das Tuch eine nette Idee ist. Rochelle fuhr schockiert und tiefgetroffen zurück, was Toralee sofort veranlasste, mit ihren spitzen Ohren zu zucken. Das war eine der Marotten der Wehrkatze. Auf diese Weise gratulierte sie sich selbst, wenn sie einem anderen Monster eine Gemeinheit an den Kopf geworfen hatte. Also das war merkwürdiger als eine Schildkröte, die beim Marathon siegt, flüsterte Robeca, nachdem Toralee zufrieden grinsend davongeschlichen war. Was redest du da? So ist sie doch immer, konterte Venus verständnislos. Nein, nicht Toralee. Ich rede davon, wie normal sich alle geben. Es kommt mir vor, als hätten sie ihre Gehirnwäsche schon vergessen. Da hast du vollkommen recht, Robeca, bestätigte Venus und beobachtete die Schüler, die jetzt in Massen auf den Haupteingang zustrebten. Sieh sie dir an! Zombies, Wehrwölfe, Vampire, die sind alle total entspannt und kein bisschen misstrauisch. Ihr dürft nicht vergessen, dass sie sich nicht wie wir an alle Einzelheiten erinnern. Sie waren wie weggetreten. Ohne eine klare Erinnerung an die Geschehnisse fällt es ihnen leichter, einfach zur Tagesordnung überzugehen, stellte Rochelle fest. Fragt sich nur, was auf der Tagesordnung steht, bemerkte Venus ernst. Was als nächstes kommt, könnte noch viel schlimmer sein. Es stank nach gekochten Kohl und Körpergeruch. Dieser unverkennbare Geruch kündigte die Trolle schon frühzeitig an. Die stämmigen Kerle mit den Knollennasen waren zwar hervorragende Wächter, hielten aber nicht viel von Körperpflege. Sie stanken so widerlich, vor allem ihre langen, fettigen Locken, dass in den Friseurläden der Stadt bereits keine Trolle-Schilder in den Fenstern hingen. Immerhin war bekannt, dass Trolle ihre Haare nur einmal im Jahr wuschen, zweimal, wenn sie ausnahmsweise eine Verabredung mit einem Nicht-Troll hatten. Warum nicht in Schule, grunzte ein fetter Troll mit unzähligen Leberflecken und gefährlich dreckigen Fingernägeln die Mädchen an. Wie allen Trollen fiel ihm das Sprechen schwer. Entschuldigen Sie, aber bisher hat die Glocke nicht geläutet. Deswegen sind wir noch nicht verpflichtet, uns im Schulgebäude aufzueiten, antwortete Rochelle höflich. Hallo Mädchen, rief die kopflose Schulleiterin Blattgurt, als sie die drei Freundinnen vor dem Schultor entdeckte. Willkommen zurück! Wie schön, euch nicht nur zu sehen, sondern sich auch an euch zu erinnern? Bedeutet das, dass sie nicht länger an geistiger Verwirrung leiden? fragte Rebecca aufgeregt. Ich werde diese Frage beantworten, nicht erwachsenes Wesen, bellte Miss Tsunami, die Katastrophenkoordinatorin der Monsterhai, und walzte auf die Mädchen zu. Schulleiterin kopflos hat zwar einen Großteil ihrer Erinnerungen zurückgewonnen, ist aber immer noch sehr leicht abzulenken, aber dass ein Blitzschlag keine Kleinigkeit ist, weiß ja jeder. Wenigstens heißt es, dass ein Blitz nie zweimal an derselben Stelle einschlägt, fügte die Schulleiterin hinzu, und ihre rosa Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das den Blick auf ihre Zähne freigab. Bei allem gebührenden Respekt, Schulleiterin, das ist so nicht korrekt, widersprach Rochelle. Der Blitz kann dieselbe Person zweimal treffen, was auch schon vorgekommen ist. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit zwar sehr gering, aber es ist dennoch möglich. Noch während Rebecca und Venus sich angrinsten, weil ihre Freundin ständig jeden verbesserte, spritzte ihnen eine Ladung Wasser ins Gesicht. Missunami, das Wassermonster, hatte sich mal wieder geschüttelt. Wie ein langhaariger Hund nach dem Baden schüttelte sie jeden Zentimeter ihres kräftigen Körpers, um nicht vollständig überflutet zu werden. Das überschüssige Wasser loszuwerden war so wichtig für sie, dass sie mindestens dreimal pro Stunde ihre berüchtigte Schütteltechnik durchführen musste, sehr zum Leidwesen aller Umstehenden. Was macht ihr noch hier draußen? Es ist doch der erste Tag nach den Ferien, da solltet ihr nicht zu spät kommen, sagte Schulleiterin Blattgut und tupfte sich das Wasser aus dem stark geschminkten Gesicht. Leider können wir erst ins Schulgebäude gehen, wenn Rochelles Freundinnen Jynafire und Skeleta ankommen. Sie hat nämlich versprochen, den beiden an ihrem ersten Schultag alles zu zeigen, erklärte Rebecca. Eure Information ist falsch. Jynafire Long, der Drache aus Fanghai, und Skeleta Calaveras, die Kalaka aus Hexiko, sind bereits gestern am späten Abend eingetroffen und wurden von mir in der Kammer der pelzigen Monster untergebracht. Diese Neuigkeit ließ Wienes Nase zucken. Unter der Oberfläche brodelten ihre Überzeugungspollen. Rebecca, die genauso verärgert war, quollen Dampfwolken in der Größe von Wattebäuschen aus den Ohren. Natürlich spürte Rochelle die Gereiztheit ihrer Freundinnen und versuchte ihren anklagenden Blicken auszuweichen. Je ne comprends pas. Wir hatten eine Verabredung. Es war abgemacht, dass ich sie herumführen sollte. Verteidigte sich Rochelle. Rochelle, ich will ja nicht nerven, aber was genau haben die beiden zu dir gesagt? Wollte Rebecca wissen, deren Dampfausbruch nachließ. Als wir uns am Spukhafen in Skaris verabschiedet haben, sagten sie, wie froh sie wären, jemanden zu abeln, der ihnen an der Monster Eye alles zeigen kann. Und? fauchte Wienes, und ihr Ton war alles andere als freundlich. Und da eine solche Einweisung logischerweise sofort bei der Ankunft stattfinden muss, haben wir ihr am Tor auf sie gewartet, erklärte Rochelle sachlich wie immer. Rochelle, ich will nicht unhöflich sein, aber... begann Rebecca. Rebecca, lass mich das machen. Ich habe kein Problem damit, unhöflich zu sein. So wie es aussieht, wird es mir sogar Freude bereiten, verkündete Wienes und sah Rochelle strafend an. Das war ganz sicher keine Verabredung und niemand würde jemals auf die Idee kommen, dass es eine wäre. Chinafire und Skelete haben es jedenfalls nicht als solche verstanden. Auch Rebecca und ich hätten es nicht als Verabredung gesehen. Und weißt du auch wieso? Weil ihr nicht verabredet wart! fauchte das grünhäutige Monster und stampfte gereizt mit dem Fuß auf. Nicht erwachsene Wesen, knurrte Missunami die Freundinnen an. Falls ihr es vergessen haben solltet oder das Schild zu eurer Linken nicht lesen könnt, Herumlungern ist streng verboten. Genau deshalb habe ich Missunami eingestellt. Sie ist ganz verrückt nach Regeln, rief Schulleiterin Blattgut und bedeutete den Mädchen, ihr ins Gebäude zu folgen. Der Anblick der purpurrot karierten Böden und der pinkfarbenen Schließfächer in Sargform erfüllte Rebecca, Rochelle und Venus mit einem warmen, vertrauten Gefühl. Ein Gefühl, als wären sie nach Hause gekommen. Anders als im letzten Schuljahr an der Monster High war ihnen jetzt alles vertraut. Sogar das große Schild, das allen Schülern verbot, auf den Gängen zu heulen, zu haaren, Körperteile neu zu montieren oder schlafende Fledermäuse zu wecken. Schön, wieder da zu sein, stellte Venus lächelnd fest und ließ den Blick über den Flur schweifen, auf dem sich alle nur vorstellbaren Monster tummelten. Offen wir nur, dass es auch so bleibt, fügte Rochelle hinzu und nahm Ruhe auf den Arm, der zu klein war, um sich allein durch die Monstermenge vorzuarbeiten. Unter den Massen schwatzender und kichernder Monster erregte eine besonders monotone und ausdruckslose Stimme die Aufmerksamkeit der drei. Sie gehörte natürlich dem dauer traurigen Mr. Death. Es stört mich nicht, wenn ihr wegschaut, während ich mit euch rede. Mein knochiges Gesicht hat schon bei vielen Monstern Depressionen ausgelöst, unter anderem auch bei mir selbst. Stöhnte der Vertrauenslehrer einem jungen Kürbiskopf entgegen, der neben ihm den Gang hinunterhopste. Rochelle, hast du immer noch vor, Mr. Death aufzuheitern? fragte Venus, während sie beobachtete, wie der trübsinnige Lehrer in seinen braunen Schuhen vor sich hinschlurfte. Ich habe leider realisieren müssen, dass Monsieur Death die Trübsinnigkeit in den Knochen legt. Natürlich ist es eine gute Sache, jemandem zu helfen, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Aber jemanden zu etwas zu machen, das er nicht ist, hat keinen Sinn, sagte Rochelle nachdenklich und streichelte Ruhe den Kopf. Ich finde, allein die Tatsache, dass du versucht hast, ihm zu helfen, sagt schon viel über deinen Charakter aus, versicherte ihr Venus mitfühlend. Und vergiss nicht, immerhin hat die ganze Sache Mr. Death einen spitzenmäßigen Anzug eingebracht. Severin, bei diesem Anzug haben Frankie und Claudine wirklich fantastische Arbeit geleistet, pflichtete ihr Rochelle bei. Venus nickte. Nur schade, dass er ihn ausgerechnet bei seinem Date mit diesem Drachen zum ersten Mal getragen hat, durch den die ganze Schule verhext wurde. Venus, auch wenn ich dann in Verdacht in Bezug auf Miss Flapperteile, solltest du bedenken, dass wir keine Beweise haben, ermahnte Rochelle ihre Freundin. Wir werden einfach abwarten müssen. Einfach abwarten? wiederholte Rebecca nervös. Ist das unser Plan? Rochelle und Venus zuckten mit den Schultern. Das ist unser Plan, bestätigte Venus. Auf dem Flur umwehte ein Hauch von Motoröl Rebeccas zarte Kupfernase und erinnerte sie daran, dass ihr mechanischer Pinguin etwas Flügelpflege brauchte. Leute, ich gehe kurz zu Ratter und Knirsch und lasse Captain Sand ölen, rief sie ihren Freundinnen zu, die schon auf dem Weg zum Wohntrakt waren. Die schuleigene Werkstatt, von allen nur Ratter und Knirsch genannt, war ein ganz in Edelstahl gehaltener Raum mit hydraulischen Hebebühnen, topmodernen Fettpressen und mehr Ölsorten als auf einem Salatbuffet. Hier wurden alle technischen Dinge instand gehalten. Nachdem Rebecca gegen verschiedene Geräte gerannt war und mindestens dreimal, so ein Mist, gerufen hatte, tauchte endlich ein gut geölter mechanischer Mechaniker mit silberplattierten Gliedmaßen und einem fett verschmierten Overall aus dem Hinterzimmer auf. Was kann ich für dich tun? Wollte der kolbengetriebene alte Mann wissen. Mr. Borg, der linke Flügel meines mechanischen Pinguins Captain Sand quietscht. Mich stört das nicht die Bohne, aber ich merke, dass es sie vollkommen verrückt macht. Und wie Sie wissen, sind verrückte Vögel eine ziemliche Plage. Nenn mich Sid und bring deinen Piepmatz schon einmal zu Ölpumpe 7, während ich meine Brille hole, sagte der Mechaniker freundlich. Die ganze Sache sollte nicht länger als ein paar Minuten dauern. Rebecca setzte Captain Sand wie angeordnet an Pumpe 7 ab. Dann begann sie, sich die Werkstatt anzusehen. In der langen Zeit, die sie auseinandergebaut gewesen war, hatte die Technik große Fortschritte gemacht und sie interessierte sich sehr für alle mechanischen Dinge. Rebecca untersuchte gerade ein schickes Gerät aus Edelstahl, als eine Erkenntnis, die ihr nur zu vertraut war, sie plötzlich erstarren ließ. Sie kam zu spät. Da war sie sich sicher. Allerdings hatte sie keine Ahnung wozu. Sie wusste nur, dass jeder Zentimeter ihres mit Kupferplatten besetzten Körpers, du kommst zu spät, schrie. Und so stürmte sie aus der Werkstatt, ohne einen weiteren Gedanken an Captain Sand zu verschwenden. Nachdem sich Rochelle und Wienes den Weg durch die übervollen Gänge gebahnt hatten, erreichten sie endlich die knarrende, pinkfarbene Wendeltreppe, die zu den Schlafräumen führte. Und obwohl Rochelle so leicht und zierlich aussah wie jedes andere Monstermädchen, war auf der Treppe nicht zu überhören, dass sie aus Granit bestand. Du hast ja keine Ahnung, wie schwer es ist, aus Stein zu bestehen. Unter meinem Gewicht ächzt und stöhnt einfach alles. Das ist nicht gerade gut für mein Selbstbewusstsein, jammerte Rochelle, als sie oben angekommen waren. Regardez! Der Vorhang ist noch spuktakulärer als im letzten Alpjahr. Den zart gewebten Vorhang am Eingang zum Wohntrakt hatte ein Trupp dicker, schwarzer Spinnen geschaffen. Er war schon immer beeindruckend gewesen, doch jetzt wirkte er noch üppiger und faszinierender als zuvor. Kein Wunder, dass der Vorhang so toll aussieht. Auf den Gängen leben doppelt so viel Spinnen wie vor den Ferien, rief Rebecca, die die Stufen hochgestürmt war, um sich den Freundinnen anzuschließen. Ein Glück! Ich hatte schon Angst, ich hätte Chewie im letzten Halbjahr zu oft auf den Gängen futtern lassen, wenn ihr wisst, was ich meine, sagte Wienes und betrachtete ihre fleischfressende Hauspflanze mit einem neckischen Kopfschütteln. Natürlich wissen wir, was du meinst. Du hast uns ja deutlich genug zu verstehen gegeben, dass Chewie im letzten Halbjahr einen Großteil der Spinnenpopulation gefressen hat, antwortete Rochelle voller Ernst, was Wienes wiederum erheiterte. Auf dem Weg durch den Wohntrakt begegneten die drei vielen vertrauten Gesichtern, darunter auch denen von Rose und Blanche van Sangre, den Vampir-Zigeuner-Zwillingen mit der lästigen Angewohnheit, sich in den Betten anderer Leute schlafen zu legen. Guck mal, Blanche, da sind die Monster, die nie uns auseinanderhalten, sagte Rose, als sie und ihre Schwester auf dem Flur stehen blieben, um Rebecca, Rochelle und Wienes anzufunkeln. Was? Du blind? Meine Zähne viel weißer, fuhr Rosie grob an. Aber meine Haare viel glänziger, brüllte Blanche in ihrer gewohnten Lautstärke zurück. Tralala, wir sind jetzt da und wir sind glücklich, das ist wahr, hip, hip, hurra! Sam, Marvin und James, die Kürbisköpfe, sangen wie immer aus vollem Hals. Dabei zogen sie ihre Haustiere, die Ochsenfrösche, an der Leine hinter sich her. Vielleicht glauben die Kürbisköpfe, dass sie in einem Musical leben, das würde diese Singerei erklären, überlegte Rebecca. Neben ihr klatschte Rochelle freudig in die Hände und rannte den Gang hinunter. Bonjour, Skeleta, Chinafire, jubelte sie und umarmte die neuesten Schülerinnen der Monster High zur Begrüßung. Skeleta, die Tag der Toten Designersachen trug, hatte sich für einen interessanten Mix aus Goth und traditionell hexikanischem Stil entschieden. Ihre langen, schwarz-orangenen Haare passten perfekt zu den farbenfroh geschminkten Augen und dem bunten Minirock. Chinafire war genauso schick gestylt. Die Krönung war ein fantastischer Blütenschmuck, den sie auf ihren leuchtend grünen und lackschwarzen Haaren trug. Das sind meine Freundinnen Rebecca und Venus und das sind meine anderen Freundinnen, Skeleta und Chinafire, stellte Rochelle die beiden Monstergruppen einander vor. Hey, willkommen an der Monster High, sagte Venus und Rebecca fügte hinzu. Ihr werdet euch hier wohlfühlen, diese Schule ist total cool. Hola chicas, que tal? Begrüßte Skeleta die beiden. Ni hao, sagte Chinafire und deutete eine kleine Verbeugung an. Ich bin ganz aufgeregt, endlich hier zu sein. Die anderen Schüler machen einen sehr netten Eindruck. Nur Hoodood kam mir etwas komisch vor. Er scheint total von einem Monster namens Frankie Stein besessen zu sein, bemerkte Chinafire und fügte hinzu. Ich glaube nicht, dass es Chiang Kang oder gesund ist, wie ihr sagt, jemanden zu lieben, der diese Liebe nicht erwidert. Alle wussten, dass Hoodood, die lebensgroße Voodoo-Puppe mit den Knopfaugen, der Haut aus Flicken und den Nadeln, die in seinem Körper steckten, keine andere Wahl hatte, als Frankie Stein zu lieben, denn schließlich hatte sie ihn erschaffen. Eine unerwiderte Liebe ist reine Zeitverschwendung, bestätigte Venus. Igitt, Zeit, was für ein scheußliches Wort, stieß Rebecca aus und ihr Blick huschte suchend über den Boden. Oh nein, ich kann nicht glauben, dass ich Captain Sand schon wieder verloren habe. Du hast sie nicht verloren, mischte sich eine sanfte Stimme ein. Du hast sie nur bei Ratter und Knirsch vergessen. Hinter Rebecca stand ganz verlegende, supernette, einäugige Cyclops mit Captain Sand auf dem Arm. Oh, vielen Dank, Sai. Du hast wie immer meinen Tag gerettet, plapperte Rebecca freudig und legte dem Jungen ihren warmen Kupferarm um die Schultern. Doch sie zog ihn sofort wieder zurück. Warte mal, was hast du bei Ratter und Knirsch gemacht? Du bist doch nicht mechanisch. Ich war bei Ratter und Knirsch, weil ich nach dir gesucht habe, unterbrach Cyclops sie leise. Aber jetzt muss ich gehen. Und mit diesen Worten ergriff der Junge die Flucht. Mi Abuela sagt immer, dass die Schüchternen die Besten sind, scherzte Skellita. Rebecca lächelte verschämt. Die junge Hexikanerin stieß Jinafire an und zeigte auf ihre Uhr. Es tut mir wirklich leid, aber Skellita und ich müssen jetzt los. Wir haben einen Termin bei Missunami wegen unserer Schließfächer. Ich finde es super, dass sie pink sind, erklärte Jinafire und neigte höflich den Kopf. Zeit, Jan! Bis später! Nur Sekunden nachdem die beiden verschwunden waren, zog bereits jemand anders die Aufmerksamkeit der Freundinnen auf sich. Mit dem purpurroten Hosenanzug, den mega hohen Stöckelschuhen, der Perlenkette und dem perfekt gestylten blutroten Haar war Miss Flapper wirklich nur schwer zu übersehen. Hallo Mädchen! Oder sollte ich lieber Zimmernachbarinnen sagen? zischte Miss Flapper freundlich. Pardonne-moi, Miss Flapper, was sagten Sie gerade? fragte Rochelle das zarte Drachenmonster. Nach allem, was im letzten Halbjahr geschehen ist, hielt ich es für sicherer, auf dem Schulgelände zu bleiben. Und wie das Schicksal es so wollte, habe ich das Zimmer neben eurem bekommen. Die erste Vollversammlung nach den Ferien mit Schulleiterin Kopflos, Miss Tsunami und den anderen Lehrern verlief einerseits total normal, andererseits war sie aber auch ziemlich merkwürdig. Die üblichen Informationen zu den einzelnen Kursen, Schulveranstaltungen und dem anderen Kram waren völlig normal und genauso langweilig wie immer. Irgendwie schockierend und auch verwirrend war jedoch, dass niemand auch nicht mit einem Wort die Monsterflüstergeschichte erwähnte. Es schien beinahe, als wäre die ganze Sache aus dem Gedächtnis der Monsterhai gelöscht worden. Nachdem Miss Tsunami die Versammlung auf ihre übliche Barscheart aufgelöst hatte, bevölkerten wieder Scharen von Monsterschülern die Gänge und suchten aufgeregt auf ihren Eye-Connectors nach den Stundenplänen. Ich finde es super, dass Schulleiterin Blattgut keine gedruckten Stundenpläne mehr verteilen lässt. Wieso sollte man Bäume töten, wenn man ebenso gut eine E-Mail schicken kann? murmelte Venus, während Rebecca auf den Eye-Connectors ihre Stundenpläne verglich. Hey, das ist toll! Wir haben dieselben Kurse. Jedenfalls beinahe. Ich habe Labyrinth-Skaten und ihr Sport ist Mord. Kommt mit! Wir wollen doch nicht zu spät zur Katakombenkunde kommen. Und zwar nicht nur, weil es gegen die Schulregeln verstößt. Der Gargäufer-Alternskodex betrachtet Verspätungen zudem als äußerst unöflisch, informierte Rochelle die Freundinnen. Tief unter den Fluren der Monsterhai erstreckte sich ein uraltes Tunnelsystem. Die düsteren Gänge waren viel älter als die Schule selbst, allerdings wusste niemand genau, wie alt sie wirklich waren. Allgemein bekannt war nur, dass Monster aller Zeitalter dort ihre geheimsten Objekte verborgen hatten. Die Katakomben lagen so tief unten, dass man inzwischen sogar einen Fahrstuhl eingebaut hatte. Der ungewöhnlich geräumige Fahrstuhl bot allen Monstern Platz, die zur Katakombenstunde wollten. Frankie, Hoodood, Draculaura, Sai, Skeleta, Jaina Fire, Clio, Tora Lee und natürlich Rebecca, Rochelle und Venus. Es ist mega krass, wieder Schule zu haben. In den Ferien vermisse ich immer alle so sehr, erklärte Frankie den drei Freundinnen voller Freude. Du musst aber zugeben, dass wir nach allem, was im letzten Schuljahr passiert ist, die Ferien nötig hatten, erwiderte Venus. Was meinst du? Also, das ist total verrückt. Wieso erinnert sich keiner mehr daran, wie Miss Flapper die Kontrolle über die Schule an sich gerissen hat? Fragte Rebecca niemand bestimmten. Natürlich erinnere ich mich daran. Ich denke nur nicht darüber nach. Wozu auch? Es ist doch vorbei, erklärte Frankie mit einem Schulterzucken. Frankie, ich fühle mich verpflichtet, dich zu informieren, dass wir im Moment keinen Beweis dafür haben, dass es vorbei ist, verkündete Rochelle energisch. Sieh dich doch um, Rochelle. Das Leben geht wieder seinen normalen Gang, sagte Draculaura und schnippte sich einen ihrer Zöpfe über die Schulter. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir vergessen hätten, was ihr im letzten Halbjahr für uns getan habt. Denn das haben wir nicht. Als Zeichen unserer Wertschätzung möchten wir euch deshalb einladen, Mitglieder im Frightingale Club zu werden, verkündete Frankie mit einem Lächeln. Venus, Rebecca und Rochelle kreischten vor Begeisterung. Natürlich waren sie immer noch besorgt, was die Zukunft der Schule anbelangte, aber diese Neuigkeit musste gebührend gefeiert werden. Immerhin war es eine Ehre, dass ihnen schon nach einem halben Jahr an der Monster High die Mitgliedschaft angeboten wurde. Die Frightingale Society, eine Monstermädchenverbindung, war von den Gründern der Schule ins Leben gerufen worden und hatte sich den Dienst an der Allgemeinheit zur Aufgabe gemacht. Außerdem legte sie den Grundstein für lebenslange Monsterfreundschaften. Oh, merci beaucoup! Ich fühle mich so geehrt, Teil einer Organisation mit einer so berühmten Vergangenheit zu sein, wandte sich Rochelle dankbar an Frankie. Doch aus dem königlich zickigen Mund von Clio de Nile war nur ein langgezogener und unüberhörbarer Seufzer zu hören. Ich dachte immer, der Frightingale Club wäre ein exklusiver Club, beschwerte sie sich. Soweit es mich betrifft, hat der Club seine Exklusivität in dem Moment verloren, als Clio aufgenommen wurde, stichelte Tora Lee. Als die gesamte Fahrstuhlbesatzung schon den Ausbruch eines Katzenkriegs befürchtete, glitten glücklicherweise die Türen auf. Vor ihnen tauchte ein herzförmiges Eisentor mit einem antiken Holzschild auf, das die Neuankömmlinge mit folgenden Worten begrüßte. Willkommen in den Nordtunneln der Katakomben, in deren Finsternis sich das versteckt, was der Monster schlimmste Ängste weckt. Geschmiedete Wandkerzenhalter beleuchteten die Nordtunnel, deren glatte, graue Steine so perfekt zusammenpassten, als wären sie Puzzleteile. Der matt erleuchtete Tunnel führte um unzählige Kurven und vorbei an etlichen Ausgrabungsstellen, an denen man bereits nach Artefakten gesucht hatte. Schließlich endete er in dem einzigen Klassenzimmer der Katakomben. Der Raum mit den Steinwänden war in knallbunten Farben gehalten. Die Tische und Stühle bestanden aus angemalten Tierknochen, Steinen und Ästen. Nur die schwarze Tafel bildete einen deutlichen Kontrast zu den pinkfarbenen, gelben und roten Möbeln. In unordentlicher Schrift hatte jemand »Willkommen zur Katakombenkunde, der Kunst des Ausgrabens und Entdeckens« draufgekritzelt. Als Rebecca den Klassenraum betrat, brannten ihr Tränen in den Augen, die sich augenblicklich in Dampf verwandelten. Sofort nach dem Verlassen des Fahrstuhls hatte sie zum ersten Mal seit Jahren die Anwesenheit von jemandem gespürt. Die ihres Vaters. Hexiker Steam »Rebecca, alles in Ordnung?« flüsterte Venus ihrer vollkommen aufgelösten Freundin zu. »Ich weiß, dass es lange her ist, aber in diesen Katakomben ist mein Vater das letzte Mal gesehen worden«, erklärte Rebecca, deren Augen immer noch dampften. »Ich muss dauernd an ihn denken und frage mich, wo er wohl ist.« »Aber ich dachte, dein Vater war ein Normalo«, hakte Venus nach. »Das war er, und er hat an mechanischen Ersatzteilen für Normalokörperteile gearbeitet, als er verschwand. Also wer weiß, vielleicht konnte er auch seine eigenen Organe ersetzen«, erklärte Rebecca schniefend. »Mancherie, ich hatte keine Ahnung, dass dein Vater in den Katakomben verschwunden ist«, sagte Rochelle mitfühlend und legte Rebecca tröstend eine Hand auf den Arm. »Ich bin sicher, wenn wir Mr. Death die Sachlage erklären, wird er uns in einen anderen Kurs stecken.« »Danke dir, aber ich denke, es wird höchste Zeit, dass ich mich meinen Gefühlen stelle. Ich habe es bisher nie jemandem gesagt, aber ich war immer der Meinung, dass etwas faul daran war, wie mein Vater verschwand. Kurz vorher hat er sich sehr merkwürdig benommen, ist mitten in der Nacht fortgegangen, um sich mit Leuten zu treffen, und hat immer wieder betont, wie wichtig es ihm sei, dass ich in einer Welt leben kann, in der alle Monster gleich behandelt werden.« »Hallo, Monsterschüler«, begrüßte Mr. Mumie die Klasse. Der stets perfekt gekleidete Lehrer war an diesem Tag in frische, weiße Gase gehüllt. Dazu trug er Weste und Krawatte. Mr. Mumie legte seinen Lederbeutel aufs Pult und strahlte seine neue Klasse an. »Willkommen zu Katakombenkunde, der Kunst des Ausgrabens und Entdeckens. Gemeinsam werden wir die riesigen und scheinbar unendlichen Nordtunnel nach Zeitzeugen der Monstergeschichte absuchen. Da die Arbeit mit archäologischen Geräten recht schwer ist, hat man uns zwei Trolle als Hilfskräfte zugeteilt, Trick und Treat. Und bevor ihr fragt, sie heißen wirklich so. »Anscheinend sind sie große Fans des Normalofestes, das sich Halloween nennt. Diese beiden werden uns zur Hand gehen, schwere Fundstücke zum Fahrstuhl tragen und außerdem hier unten für eine gewisse Ordnung sorgen. Irgendwelche Fragen?« Sofort begannen alle aufgeregt durcheinander zu reden. Die Schüler hatten Fragen. Ohne Ende. Von den Trollen bis hin zum größten archäologischen Fund, den Mr. Mumie jemals gemacht hatte. Doch inmitten all dieser Hektik saß Rebecca schweigend da und starrte auf den Boden. Das lag jedoch nicht daran, dass sie keine Fragen hatte. Ganz im Gegenteil. Auch sie hatte tausend Fragen, die sich aber nicht um die Katakombenstunde drehten. Ihre Fragen drehten sich nur um ihren Vater. Als die Sonne hinter den Bergen versank, schlenderten Rebecca, Rochelle und Wienes durch den Schulflur. Sie hatten ihren ersten Schultag hinter sich gebracht. Nach dem Katakombenkurs hatten sie noch Unterricht in verrückte Naturwissenschaften, Sport ist Mord, Geografie und Hauswirtschaft gehabt. An der Decke war das zarte Rascheln der erwachenden Fledermäuse zu hören. Sie waren die schuleigenen Kammerjäger, die nachts auf die Jagd nach Insekten und Spinnen gingen. In ihrem Zimmer, der Kammer der kopflosen Prinzessin, fingen Rebecca, Rochelle und Wienes sofort an, sich fürs Abendessen frisch zu machen. Doch noch während Rochelle ihre Lippen gloste, Wienes ihre Blätter aufschüttelte und Rebecca ihre Gelenke schmierte, hörten die drei etwas Merkwürdiges. »Eigentlich waren es ganz normale Schritte, einer nach dem anderen, doch sie kamen von einem ungewöhnlichen Ort. Der Decke.« »Ich glaube, da oben ist jemand,« flüsterte Rebecca den anderen zu. »Vielleicht ist es Missunami, die etwas repariert,« überlegte Wienes. »Bei allem Respekt für Missunami, aber wenn sie es wäre, die auf unserer Decke herumläuft, wäre sie längst durchgebrochen,« versicherte Rochelle den Freundinnen. »Nein, es muss jemand sein, der leichter ist, jemand, der einen vernünftigen Grund hat, auf dem Kriechboden zwischen den Schlafräumen und dem Dachboden herumzulaufen.« Auf der anderen Seite war ein gedämpfter Aufprall zu hören. Fragend sahen die drei Mädchen einander an. »Also, wer immer das war, ist gerade in das Zimmer unserer Nachbarn gesprungen.« Wienes verstummte und hielt sich erschrocken eine Hand vor den Mund. »Denk doch mal daran, wer nebenan wohnt.« »Miss Flapper,« murmelte Rebecca immer noch unsicher, was sie von dieser Sache halten sollte. Auf der anderen Seite der Wand war jetzt eindeutig eine verärgerte Stimme zu hören. Wie auf Kommando pressten die drei Mädchen die Ohren an die glatte weiße Wand, denn sie wollten unbedingt wissen, was dort drüben gesprochen wurde. Leider hörten sie nichts. Die Wand war einfach zu dick. Rochelle seufzte enttäuscht, Rebecca ließ sich aufs Bett fallen, doch Wienes schlich zum Fenster und öffnete es so leise, wie sie nur konnte. »Du darfst nie wieder herkommen. Wenn dich jemand sieht, bin ich erledigt. Und ich habe zu hart gearbeitet und bin meinem Ziel so nah, dass nichts mehr schiefgehen darf,« zischte eine böse Stimme gereizt. Kurz danach waren erneut Schritte über der Decke zu hören. Wienes schloss das Fenster und hockte sich zu Rochelle und Rebecca in die hinterste Ecke des Zimmers. »War das Miss Flapper?«, flüsterte Wienes. »Es klang nach ihr, nur viel lauter und garstiger als sonst.« »Also, ich muss gestehen, dass mir dieses »Ich habe zu hart gearbeitet, dass nichts mehr schiefgehen darf«, gar nicht gefällt,« murmelte Rebecca beunruhigt. »Ich wünschte nur, wir hätten sehen können, mit wem sie gesprochen hat,« bemerkte Rochelle bedauernd. »Jedenfalls verlangt § 3.9 des Gargolfer-Alternskodex unmissverständlich, dass jeder Verdacht auf eine mögliche Straftat sofort entsprechenden Autoritätspersonen mitzuteilen ist. Deswegen sollten wir uns sofort auf die Suche nach Schulleiterin kopflos und Missunami machen.« »Ich widerspreche dir nur ungern, weil ich weiß, wie ernst du dein Verhaltenskodex nimmst, aber ich halte das für keine gute Idee. Ich finde, dass es unklug wäre, mit ihnen zu sprechen, solange wir keine handfesten Beweise haben. Wenn sie uns nämlich nicht glauben, könnte alles wieder von vorn losgehen. Und das würde nicht nur unsere Sicherheit gefährden, sondern die der ganzen Schule,« stimmte Rochelle ihr zu. Die drei warteten geduldig, bis Miss Flapper ihr Zimmer verließ. Dann schlichen sie nach unten. Doch sofort, nachdem sie im Strom der Schüler untergetaucht waren, entdeckte Venus die unglaublich gut aussehende Drachenfrau im Gespräch mit der Schulleiterin. »Ich muss zugeben, dass ich es total gruselig finde, dass Miss Flapper ausgerechnet neben uns wohnt,« murmelte Rebecca. »Schon bei dem Gedanken daran bekomme ich einen Dampfausbruch.« »C'il te plait, Rebecca, du musst dich beruhigen, sonst bist du ganz klamm und kräuselig, bevor wir im Monsterschülercafé ankommen,« riet Rochelle ihrer Freundin zu, während Miss Flapper, die jetzt ein bodenlanges lila Kleid trug, von der Schulleiterin wegschlenderte. »Los, kommt, lasst uns ein paar Nachforschungen anstellen,«, sagte Venus und ging auf Schulleiterin kopflos zu. »Also, wenn das nicht drei meiner Lieblingsschülerinnen sind, die ich natürlich genauso gern habe wie alle anderen Schüler, was kann ich denn für euch tun?« »Es geht um die Ereignisse im letzten Halbjahr. Haben sie etwas Neues gehört?«, fragte Venus. »Ach, natürlich die Ereignisse!«, wiederholte die Schulleiterin mit einem wissenden Nicken. »Ihr meint, als Hood-Dude Frankie gefragt hat, ob sie ihn heiraten will? Manchmal ist der Junge wirklich zu albern.« »Meine Güte, haben Sie diese Sache mit der Monsterflüsterei etwa schon vergessen?«, platzte Rebecca heraus. »Ach, davon redet ihr! Also Mädchen, darüber braucht ihr euch keine Gedanken mehr zu machen,«, versicherte Schulleiterin kopflos den Mädchen. »Miss Tsunami und ich haben längst festgestellt, dass das Flüstern nur durch Zufall an unsere Schule gekommen ist. Die arme Miss Flapper hat nicht gewusst, was sie tat. Und jetzt erwarte ich, dass ihr diesen Unsinn vergesst!«, verlangte sie streng und schloss sich dann Sam, Marvin und James an, den Kürbisköpfen, die singend durch den Gang zogen. »Endlich sind die Ferien um. Wer nicht lernt, der bleibt dumm!« »Ich muss sagen, dass die drei sehr musikalisch sind, sehr Yin-Yui,«, stellte Jaina Feier fest, während sie auf die Freundinnen zuging und lächelnd eine dezente Verbeugung andeutete. »Sie, sie, wir können sogar durch die Wand unseres Zimmers hören, wie sie singen,«, bestätigte Skellita und gesellte sich zu den Mädchen. »Ich bin so froh, euch zu sehen,«, sagte Rochelle. »Findet ihr euch zurecht? Habt ihr irgendwelche Probleme? Ich bin ihr, um mich um all eure Sorgen zu kümmern.« »Gracias, Rochelle, aber du brauchst ja, um uns keine Gedanken zu machen. Uns geht es prima,«, antwortete Skellita gerührt. »Das stimmt! Wir fühlen uns hier sehr wohl, vor allem wegen Miss Flapper. Sie ist eine tolle Frau,«, versicherte Jaina Feier. »Si, si, me gusta, Miss Flapper,«, bestätigte auch Skellita. Dann verabschiedeten sich die beiden und setzten ihren Weg durch den Flur fort. »Mir scheint, Miss Flapper hat ein paar neue Fans,«, murmelte Rebecca. »Fans?«, erwiderte Venus misstrauisch. »Wohl eher Opfer!« Nach einem superleckeren Zombie-Eintopf, der seinen Namen hatte, weil er sehr langsam gekocht wurde, steuerten Rebecca, Rochelle und Venus die Fledermaus-Kunstgruft an. Ihr erstes Treffen mit dem Frightingale-Club stand an. Da es sich dabei um den beliebtesten Mädchenclub der Schule handelte, waren die drei verständlicherweise etwas nervös und wussten nicht, was sie erwartete. Als sie den Raum mit den Fledermäusen und Zeichensachen betraten, mussten sie feststellen, dass er viel besser aussah als sonst, denn auf den mit karierten Tischtüchern bedeckten Tischen standen große Vasen mit Rosen und Unmengen verschiedener Desserts. »Ist das nicht unglaublich? Könnt ihr es fassen, dass wir wirklich Mitglieder eines so angesehenen Clubs sind?«, stieß Rebecca hervor, während Venus und Rochelle bereits die Schokoladenkekse, den Kokoskuchen und die Eclairs probierten. »Nach einem stressigen Tag ist das hier genau das, was ich brauche«, verkündete Venus und stopfte sich ein Riesenstück Kuchen in den Mund. Im selben Moment bedeutete Frankie allen Anwesenden, sich zu setzen. Draculaura stellte sich zu Frankie ans Lehrerpult. Beide Mädchen sahen fantastisch aus. Frankie trug einen blau karierten Rock mit passendem Pulli und Draculaura hatte sich für ein pinkfarbenes Kleid mit weißem Spitzenbesatz und kniehohe Stiefel entschieden. »Als Präsidententeam des Frightingale Clubs möchten Draculaura und ich euch zu einem neuen tollen Schuljahr an der Monster High willkommen heißen«, begann Frankie. »Wie die meisten von euch bereits wissen, sind wir eine Verbindung, die anderen hilft und außerdem den Grundstein für lebenslange Monsterfreundschaften legt«, fügte Draculaura hinzu. »Und deshalb ist unser erster Tagesordnungspunkt das Projekt Monster helfen Monstern. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht wissen, es ist eine von unseren gemeinnützigen Aktionen. Beim Projekt Monster helfen Monstern erwarten wir, dass jede von uns eine ihrer Fähigkeiten mit anderen Mitschülern teilt«, erklärte Draculaura. »Ich zum Beispiel werde zusammen mit Miss Schülerschreck einen vegetarischen Kochkuss anbieten für alle, die sich fleischlos ernähren möchten. Und ich werde mich mit Claudine zusammentun. Wir wollen den Leuten helfen, ihre eigenen megakrassen Klamotten zu entwerfen und zu nähen«, verkündete Frankie strahlend. »Hat noch eine von euch ein Vorschlag, was sie gern tun würde?« Nach ein paar Sekunden gedämpften Flüsterns hob sich ganz hinten im Raum sehr langsam eine Hand. Es war Gulia Jelps, die wie gewöhnlich auf Zombie vor sich hin murmelte. »Das klügste Mädchen der Schule bietet kostenlose Nachhilfe an.« »Das ist toll«, übersetzte Frankie für alle, die kein Zombie verstanden. »He, Leute, ich dachte, ich könnte etwas für die Umwelt tun. Vielleicht ein Recyclingprogramm oder so etwas«, bot Laguna an. »Was hältst du davon, stattdessen mit mir zusammen einen Komposthaufen anzulegen?« schlug Wienes vor. »Super Idee, ich bin dabei«, stimmte Laguna sofort zu. »Ich fand schon immer, dass wir unseren Müllberg reduzieren sollten und ein Komposthaufen ist eine perfekte Methode dafür.« »War ja klar, dass du das sagen würdest«, höhnte Torali. »Also, wenn ich unbedingt etwas beitragen muss, werde ich einem der hungernden Künstler unserer Schule gestatten, mein perfektes Gesicht zu malen.« Frankie und Draculaura tauschten einen amüsierten Blick, hatten sich aber schnell wieder unter Kontrolle. »Torali, eigentlich hatten wir gehofft, dass du die Planung für die Hex-Factor-Talentshow übernehmen könntest. Es soll die Neuauflage unserer Super-Hex-Show werden und für die Organisation brauchen wir jemanden, der...« Frankie verstummte und suchte fieberhaft nach einer höflichen Art, »biestig« zu sagen. »Deine starke Persönlichkeit ist«, kam Draculaura ihr zu Hilfe. »Was?« kreischte Clio und sprang auf. »Als eines der talentiertesten Monster dieser Schule sollte doch wohl ich die Hex-Factor-Talentshow ausrichten. Außerdem bin ich von königlichem Geblüht und das Aburteilen anderer entspricht meiner Natur.« »Einen Moment bitte«, sagte Draculaura und flüsterte Frankie etwas ins Ohr. »Nach Abwägung aller Möglichkeiten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ihr beide die Hex-Factor-Talentshow gemeinsam planen solltet«, verkündete Frankie mit einem Lächeln. »Du willst, dass ich mit der da zusammenarbeite?« fauchte Tora Lee und funkelte Clio erbost an. »Eine Wehrkatze mit einer zweitklassigen Adligen? Ganz sicher nicht!« Während sich die beiden Diven angifteten, nahmen Frankie und Draculaura weitere Vorschläge entgegen. Rochelle bot an, die Trolle im Sprechen und der Körperpflege zu unterrichten und Rebecca willigte ein, den besonders unsportlichen Mitschülern die Freude am Labyrinth-Skaten zu vermitteln. Als das Treffen endlich zu Ende war, waren Rebecca, Rochelle und Venus so müde, dass sie nur noch in ihre Betten kriechen und sich die Decke über den Kopf ziehen wollten. Die Sonne hatte es gerade erst geschafft, über die Wolken zu kriechen, als Rebecca ihre Decke zurückwarf, sich Käpt'n Cent schnappte und mit ihr aus dem Zimmer raste, ohne auch nur ein Wort mit ihren schlafenden Mitbewohnerinnen zu wechseln. »Ich komme zu spät! Zu spät! Wieso komme ich nur immer zu spät?« murmelte Rebecca vor sich hin, als sie den Flur hinunterraste und dabei den seidigen Spinnenvorhang herunterriss. Erst als das Dampfmädchen mit der kaputten inneren Uhr feststellte, dass das Monsterschülercafé noch abgeschlossen war, bemerkte sie, dass sie ausnahmsweise nicht zu spät aufgestanden war, sondern viel zu früh. »Och, Käpt'n Cent, ich war so sicher, zu spät zu kommen, dass ich nicht einmal nachgesehen habe, ob Rochelle und Venus noch im Zimmer waren. Wieso ist die Zeit nur immer gegen mich?« Später am Vormittag saßen Rochelle und Venus in der Streberburg und studierten den Bauplan der Schule. Sie wollten herausfinden, wie der geheimnisvolle Besucher von Miss Flapper in den Kriechboden zwischen den Zimmerdecken und dem Dachboden gelangt sein konnte. Die beiden Mädchen waren in die Pläne vertieft, als plötzlich ein vertrautes Kreischen die Stille der staubigen Bibliothek zerriss. »Suchst du uns?« fragte Venus und schnippte sich das pink- und grüngestreifte Haar über die Schulter. »Buh lala, Rebecca! Wo hast du gesteckt? Es ist ein wenig verstörend, den Tag mit einer vermissten Zimmergenossin beginnen zu müssen,« beschwerte sich Rochelle. »Dafür haben wir jetzt keine Zeit,« unterbrach Rebecca die beiden hektisch. »Wenn ich daran denke, was ich gerade gesehen habe, würde ich meine Erinnerungen am liebsten Dampf reinigen.« Sie ließ sich langsam am Tisch nieder und begann, Zweige aus ihren Haaren zu zupfen. »Nachdem mir klar wurde, dass ich nicht verschlafen hatte, sondern eigentlich viel zu früh aufgestanden war, wollte ich die Zeit nutzen, um Plakate für meine Labyrinth-Skate-Nachhilfe aufzuhängen,« begann Rebecca zögernd. »Aber als Captain Sand und ich dann durchs Schulgelände gedüst sind, sah ich...« »Sahst du was?« schrie Wienes ungeduldig. »Eine weiße Katze! Ich bin so erschrocken, dass ich gegen einen Baum geknallt bin. Und was noch schlimmer ist, ich habe Captain Sand bei diesem Unfall verloren. Glaubt ihr, die weiße Katze hat ihr etwas angetan?« »Nein, natürlich nicht. Wie ich Captain Sand kenne, hat sie die Katze vermutlich mit ihrem bösen Blick in die Flucht geschlagen,« versuchte Wienes Rebecca zu beruhigen, aber sehr überzeugend klang es nicht. »Das ist ein Zeichen. Was immer Miss Flapper plant, es muss etwas sehr, sehr Schlimmes sein,« plapperte Rebecca panisch weiter. »Weiße Katzen sind für uns ebenso wenig eine Bedrohung wie schwarze Katzen für Normalos. Das ist nichts anderes als ein alberner Monster-Aber-Glaube,« sagte die stets vernünftige Rochelle und griff nach ihrer Büchertasche. »Wohin gehst du?« rief Wienes Rochelle nach, die schon auf dem Weg zur Tür war. »Ich habe heute meine erste Sitzung mit Trick und Treat.« »Den Trollen aus dem Katakombenkurs?« fragte Rebecca. »Ja, sie waren die Ersten, die sich eingetragen haben. Sie brennen darauf, ihre Aussprache zu verbessern und alles über Körperpflege zu lernen,« berichtete Rochelle und winkte den Freundinnen zum Abschied. Der Duft von Käsegrusadillas wehte durch das Monsterschülercafé, in dem die Monsterschüler angeregt über ihre ersten Schulstunden nach den Ferien plauderten. Am Tisch der Lehrer saßen die beiden Aufsichten Mr. Death und Miss Tsunami. Zwei Tische weiter waren Laguna und Wienes in eine sehr ernste Unterhaltung über den Umweltschutz vertieft. »Entschuldigt mal,« unterbrach sie eine samtige Stimme. Vor Laguna und Wienes war eine Person in einem Catsuit mit Leopardendruck und einem straßbesetzten roten Gürtel aufgetaucht. Tora Lee Stripe. »Ich störe euch nur ungern beim Essen, aber ich wollte euch bitten, euch in diese Liste einzutragen. Es ist total wichtig,« sagte Tora Lee und klimperte mit ihren langen Katzenwimpern. »Du hast eine Unterschriftenliste? Wozu?« fragte Wienes. »Da sind diese beiden total bekloppten Monster, die den Rasen hinter dem Schulgebäude in eine Müllkippe verwandeln wollen. Das ist verrückt und deswegen werde ich sie aufhalten,« erklärte Tora Lee. »Eine Müllkippe? Meinst du nicht vielleicht einen Komposthaufen?« vergewisserte sich Laguna, die kaum glauben konnte, was sie da hörte. »Ist doch dasselbe. Also unterschreibt ihr jetzt oder was?« fragte Tora Lee mit einem boshaften Grinsen. »Tora Lee, wir versuchen, den Planeten zu retten, indem wir alles recyceln, was biologisch abbaubar ist. Wie kannst du damit ein Problem haben? Willst du keine saubere Erde für deine Kinder und Enkel?« fragte Wienes hitzig. »Hört mal zu. Es ist ganz einfach. Ich mag es nicht, von Müll umgeben zu sein,« fauchte Tora Lee und zuckte mit den Ohren, bevor sie davonhuschte. »Ich werde diese Katze wohl nie verstehen,« gab Wienes ehrlich zu, als Laguna vom Tisch aufstand. »Hey, wo willst du hin?« »Ich treffe mich mit Gil am Pool. Wir sehen uns dann nachher, okay?« fragte sie und zeigte ihr den hochgereckten Daumen, bevor sie verschwand. Doch zu ihrem Glück blieb Wienes nicht lange alleine. »Du bist allein?« »Was ist denn passiert?« fragte Rebecca, als sie mit Skeleta und Rochelle an ihren Tisch kam. »Nichts. Ich lecke nur meine Wunden nach einem Zusammenstoß mit Tora Lee. Skeleta, ich muss sagen, dein gehäkelter Umhang ist wirklich toll. Ist er aus Hexiko?« »Er ist schön, nicht wahr?« bestätigte Skeleta und betrachtete ihn fasziniert. »Signorita Flapper hat ihn mir geliehen. Sie ist ein so großzügiger Drache. Hast du ihre Klamotten gesehen? Das sind alles Designersachen.« »Sie hat wirklich Sinn für Mode, das muss ich zugeben,« knurrte Wienes mit zusammengebissenen Zähnen. »Und sie ist so hilfsbereit. Mittlerweile ist sie beinahe eine Hermana Major, eine große Schwester für Gina Fire und mich.« »Eine große Schwester?« »Wow! Sie hat euch aber schnell für sich gewonnen. Und das in so kurzer Zeit?« stellte Wienes fest und warf Rebecca und Rochelle einen beunruhigten Blick zu. »Ich weiß,« sagte Skeleta lächelnd. »Ich glaube, unsere Freundschaft hat sich so gut entwickelt, weil sich Signorita Flapper wirklich die Zeit nimmt, mich kennenzulernen. Gestern Abend zum Beispiel ist sie extra lange aufgeblieben, um mit Gina Fire und mir über unsere Familien zu sprechen. Sie hat es sogar geschafft, dass ich nicht mehr so traurig bin, weil ich den Vatertag nicht bei meinem Dad verbringen kann,« berichtete Skeleta ernst, während Rebecca Dampfwolken aus den Augen quollen. »Alles in Ordnung, Mon Cherie?« erkundigte sich Rochelle mitfühlend. »Tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist. Seit dieser ersten Katakombenstunde kann ich nicht aufhören, an meinen Vater zu denken. Er war ein echt cooler Typ. Ich wette, ihr hättet ihn gemocht. Und er euch natürlich auch.« Rochelle und Wienes ergriffen Rebeccas Kupferhände und drückten sie, um ihr mit dieser Geste durch ihr Gefühlschaos hindurchzuhelfen. Doch plötzlich kreischte im Monsterschülercafé jemand so lautlos, dass es alle in Hörweite in Panik versetzte. Alle sahen sich hektisch um und versuchten herauszufinden, wer so laut geschrien hatte, bis sich Frankie Stein langsam von ihrem Platz erhob. Das mintgrüne Monster hatte beide Hände an den Mund gepresst und die anderen Schüler folgten ihrem Blick zur Decke, wo eine Albino-Fledermaus gelassen mit den Flügeln schlug. Die Kreatur, die strahlend weiß und ungefähr so groß wie eine Hauskatze war, wirkte beinahe engelhaft. Jedenfalls in den Augen von Nichtmonstern. Monster dagegen betrachteten nicht nur weiße Katzen als Vorboten schlimmer, furchtbarer Ereignisse. Auch weiße Fledermäuse waren ein schlechtes Zeichen. Im Monsterschülercafé hörte man keuchen, flüstern und Geschrei, denn die Schüler fürchteten, den Raum nicht mehr lebend verlassen zu können. Nicht erwachsene Wesen, brüllte Missunami und sprang vom Lehrertisch auf. Tretet zurück an die Wand des Monsterschülercafés und wartet, bis die Eingreiftruppe auftaucht und den Eindringling Ding festmacht. Eingreiftruppe? Eindringling? Wiederholte Rochelle geschockt. Das ist eine Fledermaus. Auf den Fluren leben Tausende von ihnen. Der einzige Unterschied ist, dass diese weiß ist. Aber es hörte niemand zu. Alle Schüler flüsterten, jammerten und klagten über die abscheuliche Fledermaus. Das reicht! Ich werde diese Sache selbst in die Hand nehmen, sagte Rochelle zu Rebecca und Venus. Was hast du vor? fragte Rebecca, aus deren Ohren kleine Dampfwölkchen quollen. Ich werde das Wesen tiergerecht fangen. Jetzt muss ich nur noch eine Leiter finden. Doch gerade als Rochelle den Schrank mit den Sachen des Hausmeisters ansteuern wollte, wurde die Tür des Monsterschülercafés mit solcher Wucht aufgestoßen, dass sie gegen die Wand krachte. Hat jemand eine weiße Fledermaus gesehen? schrie Henry Hunchback hysterisch. Henry war von Kopf bis Fuß mit einer weißen Masse bedeckt, die ungefähr so zäh war wie Ahornsirup. Er sah aus, als hätte man ihn in Farbe getaucht. Die versammelten Schüler verstummten kurz, als sie ihn sahen. Dann zeigten sie wortlos auf die Fledermaus, die gelassen in einer Ecke herumflatterte. Nicht erwachsenes Wesen, wir erwarten eine Erklärung von dir. Wie du dir vorstellen kannst, hat das Erscheinen einer weißen Fledermaus große Bestürzung unter den Schülern ausgelöst, bellte Missunami und schüttelte sich unmittelbar neben Henry besonders heftig. Aber von Kopf bis Fuß mit weißem Glibber bedeckt, schien ihn die Dusche nicht zu stören. Angefangen hat alles in den verrückten Naturwissenschaften. Ich habe nicht richtig zugehört, als Mr. Hackington das Experiment erklärt hat. Ich habe das Experiment nicht hinbekommen und musste deshalb während der Mittagspause dort bleiben, um es noch einmal zu versuchen. Aber es hat auch diesmal nicht geklappt und ist über mir und der Fledermaus explodiert. Also gut, nicht erwachsenes Wesen. Das erklärt aber noch nicht, wie die Fledermaus hier hereingekommen ist. Ich dachte, es wäre witzig, den kleinen Kerl in mein Zimmer zu bringen, um meinen Mitbewohner Seid zu erschrecken. Aber wie Sie sehen können, ist er mir entwischt. Im Monsterschüler Café brach Gelächter aus. Rebecca, Venus und Rochelle sahen sich an und grinsten. Als Venus erwachte, war der Himmel grau und Wolken verhangen. Kein Stückchen blau war zu sehen. Das grüne Monster kroch unter den Decken aus Mumiengase und Wehrwolfsfell hervor, griff nach der Gießkanne und verpasste Chewie seine allmorgendliche Dusche. Während die Tropfen von den Blättern ihrer Hauspflanze abhärten, warf Venus einen Blick hinaus auf ihren frisch angelegten Komposthaufen. Das letzte Mal hatte sie vor neun Stunden aus ihrem Zimmerfenster geschaut und diesen Zeitraum hatte jemand genutzt, um den kleinen Bereich, in dem sie biologisch abbaubare Stoffe recyceln wollten, zu verwüsten. Unmengen handgeschriebener Schilder umgaben den gesamten Komposthaufen. Auf allen stand dieselbe Botschaft. Keine Müllkippe an der Monsterhai. Venuskörper reagierte sofort. Ihre Temperatur stieg, ihre Nase zuckte und ihre Augen tränten. Bei dem Gedanken an Tora Lee wurde sie immer wütender, denn sie war hundertprozentig überzeugt, dass die Wehrkatze für diese Frechheit verantwortlich war. Venus kochte vor Wut und verlor die Kontrolle über sich und ihre Nase. Das Monstermädchen explodierte buchstäblich über die ganze Fensterscheibe. Ihr Niesen war so laut, dass es Rochelle und Rebecca aus dem Schlaf hochschreckte. Das hat etwas von moderner Kunst, stellte Rochelle angesichts der großen orangefarbenen Pollenflecken fest, die jetzt ihre Fensterscheibe zierten. Das spricht dann aber nicht sehr für moderne Kunst, scherzte Rebecca. Habt ihr gesehen, was Tora Lee mit dem Komposthaufen gemacht hat? Ich bin kurz davor, Frankie und Draculaura beim nächsten Treffen des Frightingale Clubs davon zu erzählen. Ich meine, was stimmt denn nicht mit der? wütete Venus und stampfte mit ihren pedikürten Füßen auf den Boden. Eine Stunde später war Rochelle auf dem Weg zum Fahrstuhl in die Katakomben. Die Katakombenstunde begann wie immer mit einem Vortrag über die Wichtigkeit von Schutzbrillen und Handschuhen bei allen Ausgrabungen. Denkt daran, Monsterklasse, es ist immer das Beste und voreingenommen und mit ruhiger Hand auf Entdeckungsreise zu gehen, erklärte Mr. Mumie, bevor er die Schüler in die Tunnel schickte, wo sie mit den Ausgrabungen beginnen sollten. Nehmt eure Werkzeuge und lasst uns mit dem Buddeln beginnen, sagte Rebecca und setzte ihre Schutzbrille auf. Der schmale, matt erleuchtete Tunnel wirkte eher karg. An den Wänden hingen ein paar schmiedeeiserne Kerzenhalter. Direkt in der Mitte einer engen Kurve befand sich eine einsame Ausgrabungsstelle, die aussah, als hätte dort schon lange niemand mehr gegraben. Hinter der Kurve versperrten hineinwuchernde Baumwurzeln den Tunnel. An eine der Wurzeln hatte jemand ein Schild genagelt. Wunschbrunnen hier entlang, stand darauf. Ich frage mich, wohin der Gang führt, sagte Rebecca. Rochelle, die Musterschülerin, tat die Frage mit einem Schulterzucken ab und begann, mit ihren Steinkrallen im Boden zu wühlen. Es ist nicht unsere Aufgabe, einen Wunschbrunnen zu untersuchen. Ich kann wirklich nicht glauben, dass wir Noten dafür bekommen, im Sand zu buddeln. Das fühlt sich an, als wären wir wieder im Kindergarten, sagte Venus und sah zu, wie Rochelle konzentriert einen kleinen Erdhaufen durchsuchte. Qu'est-ce-ce? stieß Rochelle aus. Ich habe etwas gefunden. Eine Puppe, verkündete Rochelle und zog eine etwa 25 Zentimeter lange hölzerne Puppe aus der Erde. Nachdem sie den Sand entfernt hatte, fiel der Blick der Drei auf eine grob geschnitzte Statue mit großen, schwarzen Augen und einem missmutigen Gesichtsausdruck. Wo ist Mr. Mumie? Ich möchte wissen, was er davon hält, sagte Rochelle offensichtlich fasziniert von ihrem Fund. Ihr drei habt großes Glück, schon in jungen Jahren ein so wertvolles Stück zu finden, stellte Mr. Mumie mit einem leichten Anflug von Neid fest. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, um etwas vergleichbar Wertvolles zu entdecken. Das ist doch nicht schlimm, versicherte ihm Wienes hastig. Also, was ist das hier für eine Figur? Eine Puppe der Verdammnis, verkündete Mr. Mumie und sah sich das Fundstück genau an. Solche Puppen wurden früher von Wahrsagern verteilt, um Monster vor drohendem Unheil zu warnen. Toll, genau das haben wir gebraucht. Noch mehr Hinweise darauf, dass uns Unheil droht, murmelte Wienes. Was sollen wir damit machen? Sie im Fundstückgeschrank einschließen? Sie wieder begraben? Fragte Rebecca verunsichert, der die gruselige Puppe immer noch Angst machte. Mr. Mumie, ich weiß, dass es eigentlich nicht üblich ist, aber dürfte ich die Puppe vielleicht beeilen? Fragte Rochelle. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich besitze bereits mehrere davon, antwortete Mr. Mumie, was Wienes und Rebecca hörbar schlucken ließ. Der Gedanke, dass Rochelle die Figur mit den unheimlichen schwarzen Augen in ihr Zimmer mitnehmen wollte, gefiel ihnen ganz und gar nicht. Der Imbiss in Salem war ein ebenso beliebter Nachmittagstreffpunkt wie die Cappuccino-Ecke. Rebecca, Rochelle, Wienes und Cyclops saßen in einer Nische auf rosa Kissen und tranken Knurrakohla aus schwarzen Bechern mit Henkeln in Form von Fledermausflügeln. Mitten auf dem Tisch stand die finster dreinblickende Puppe der Verdammnis. Als Zyklop sollte ich zwar nicht über die Augen von anderen lästern, aber die Augen dieser Puppe sind einfach gruselig. Stellte Sai fest und schob den Teller mit den halb aufgegessenen Grabsteinfritten zur Seite und griff nach seiner Knurrakohla. Aber da er Probleme mit dem räumlichen Sehen hatte, stieß er dabei versehentlich die Puppe um. Oh, Entschuldigung, murmelte er verlegen. Das macht doch nichts, versicherte ihm Rebecca und legte ihm zu seiner großen Freude eine kupferfarbene Hand auf den Arm. Süd, ich glaube, sie ist kaputt, sagte Rochelle, als sie die Puppe wieder aufrichten wollte. Oder vielleicht doch nicht? Rochelle stellte fest, dass sich die Figur aufschrauben ließ. In ihrem Innern befand sich ein mit Spinnenbeben gefüllter Hohlraum, in dem ein vergilbtes Stückchen Pergament steckte. Was steht da? fragte Sai besorgt, während Rochelle das Papier entrollte. Ihr glaubt, ihr könnt ihnen trauen, aber das könnt ihr nicht, las Venus über Rochelles Schulter hinweg vor. Was bedeutet das? fragte Rebecca. Ich habe keine Ahnung, gestand Venus. Sie nahm Rochelle das Papier aus der Hand und schnupperte daran. Es riecht süßlich, wie nach Rosen und Lilien. Vielleicht sind meine Gelenke rostig, aber mich erinnert es an Miss Flapper, murmelte Rebecca. Ja, das stimmt, gab Venus zögernd und mit gerunzelter Stirn zu. Vielleicht übertreibe ich jetzt, aber ich denke, das rechtfertigt ein Gespräch mit Mr. Mumie, informierte Rochelle ihre Freundinnen. Auf dem Weg nach draußen entdeckten sie Frankie und Draculaura, die nebeneinander auf Barhockern im Spinnweblook saßen und sich einen Eisenshake teilten. Ehrlich die, ich weiß nicht, wie du so viel von dem Zeug trinken kannst, sagte Frankie und betupfte sich die grünen Mundwinkel mit einer Serviette. Hey Mädels! Hey Cy! Frankie, Draculaura, wir wollen euch nicht bei eurem Getränk stören. Wir wollten nur Bonjour zu unseren Frightingale-Schwestern sagen, bevor wir auf die Suche nach Mr. Mumie gehen, sagte Rochelle höflich. Ach, wenn ihr zu Mr. Mumie wollt, solltet ihr in der Cappuccino-Ecke nachsehen. Ich habe gehört, dass er mit Miss Schülerschreck, Dr. Clamdestine und sogar Mr. Hackington eine Art Selbsthilfegruppe gegründet hat. Anscheinend finden sie, dass es furchtbar hart ist, Monster-Teenager zu unterrichten, aber hallo? Ein Monster-Teenager zu sein, ist viel schlimmer, scherzte Draculaura und grinste so breit, dass man ihre spitzen Eckzähne sah. Als sie zur Cappuccino-Ecke hinübergingen, stellten Rebecca, Rochelle, Venus und Sai fest, dass Draculaura recht hatte. Die Lehrer hatten eine Selbsthilfegruppe gegründet oder sich zu einer Meckerrunde zusammengefunden. Entschuldigen Sie, wir stören Sie nur ungern bei Ihrer Unterhaltung und Ihrem Eistee, aber könnten wir Sie bitte kurz sprechen, Mr. Mumie? fragte Rochelle höflich. Natürlich, sagte der in Gase gehüllte Lehrer und stand vom Tisch auf. Normalerweise würden wir Sie nie außerhalb der Schulstunden belästigen, aber wir haben diese Nachricht im Inneren der Puppe gefunden und sie riecht ganz leicht nach Miss Flappers Parfum, berichtete Venus. Mr. Mumie warf einen Blick auf das kleine Stück Pergament, schnupperte daran und schüttelte sofort den Kopf. Es riecht nach Blumen, das könnte jedes Parfum sein, und außerdem ist diese Nachricht sicher ein Jahrhundert alt. Vertraut mir, für wen auch immer diese Warnung gestimmt war, ist längst unter der Erde, versicherte Mr. Mumie, bevor er ihnen das Papier zurückgab und mit den anderen Lehrern die Cappuccino-Ecke verließ. Zum letzten Mal, es wird kein Ägypten-Motto geben, kreischte Toralee so laut, dass alle Besucher es mitbekamen. Schön, aber dann nehmen wir auch kein Tiger-Katzen-Motto, fauchte Clio wutentbrannt zurück. Das dauerhaft zerstrittene Duo Toralee und Clio stand nur ein paar Schritte entfernt. Beide hatten einen Eistee in der Hand. Doch statt ihr Getränk einfach zwischen den Fingern zu halten, richteten sie es wie eine Waffe auf die Gegnerin. Toralee, Clio, was haltet ihr davon, eure Getränke abzustellen? schlug Claudine vor und spielte mit den Spitzen ihrer makellos gepflegten Haare. Und dann setzen wir uns hin und suchen nach einem Kompromiss. Vergiss es, Claudine, das wird nicht passieren. Wir haben nur noch zwei Wochen, also machen wir es, wie ich es will, denn meine Idee ist die bessere, widersprach Toralee und hob ihren Eistee ein kleines bisschen höher, was Clio ihr natürlich sofort nachmachte. Genau in diesem Augenblick tauchte Ginafire auf. Sie hatte auch eine Weile zugehört und konnte jetzt einfach nicht länger den Mund halten und ihr Feuer auch nicht. Entschuldigt mal, ich konnte nicht anders als mitzuhören, was euer Problem ist. Ihr seid beide sehr respektlos und unreif, verkündete Ginafire und setzte die Eisteebecher der beiden in Brand. Toralee und Clio ließen sie sofort fallen. Bist du verrückt? fauchte Toralee Ginafire an. Da hast du aber schön dafür gesorgt, ein ganz schlechtes Licht auf euch Drachen zu werfen. Ich werfe kein schlechtes Licht auf Drachen. Es ist euer Verhalten, das ein schlechtes Licht auf Monster wirft, sagte Ginafire. Und ihr könnt gern wissen, dass mir Miss Flapper erst letzte Nacht versichert hat, was für ein Gewinn ich bin, nicht nur für die Drachengemeinschaft, sondern auch für die Monsterhai. Ich weiß ja nicht, ob sie unter einem Bann stehen oder nur nach allen Regeln der Kunst umschmeichelt werden, aber Miss Flapper hat eindeutig etwas mit Skeleta und Ginafire vor. Und wie üblich haben wir keine Ahnung, was es ist, flüsterte Venus ihren Freundinnen zu. Pardonne-moi, Venus, noch eine Sekunde, sagte Rochelle, bevor sie Ginafire zu sich heranwinkte und sie ansprach. So sehr mir deine direkte Art der Problemlösung zusagt, muss ich dich dennoch daran erinnern, dass der Gebrauch von offenem Feuer in geschlossenen Räumen überaus gefährlich ist. Ich danke dir für deinen Rat, aber du musst wissen, dass mir Miss Flapper erlaubt hat, mein Feuer einzusetzen, wann immer ich es für nötig erachte, erwiderte Ginafire selbstbewusst. Der junge Drache nickte Rochelle zu, lächelte und ging. Entweder hat all die Schmeichelei von Miss Flapper einen Höhenflug bei ihr ausgelöst oder sie steht unter dem Bann des älteren Drachen, vermutete Rochelle. Also gut, ich füge es der Liste der Dinge hinzu, die wir noch herausfinden müssen, stöhnte Venus frustriert. Später am Abend, als Rebecca, Rochelle und Venus in ihren Betten lagen, kreisten ihre Gedanken unaufhaltsam um die Nachricht, die sie in der Puppe der Verdammnis gefunden hatten. Stunden später war Rochelles Geist immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Allerdings war sie sicher, dass sie nur träumte. Anders war dieses Gefühl der Enge, das sie am ganzen Körper spürte, nicht zu erklären. Es kam ihr vor, als steckte sie in einem Kokon. Sie konnte sich nicht rühren. Von Kopf bis Fuß war sie von etwas Weißem umgeben. Wach sofort auf, befahl sie sich. Aber es funktionierte nicht. Es ärgerte sie so sehr, dass sie sich nicht aus diesem Traum befreien konnte, dass sie laut knurrte. Was ist denn mit Rochelle passiert? Venus, jemand hat sie zur Mumie gemacht, rief Rebecca schlaftrunken aus. Buh lala, was ist ihr los? fragte Rochelle verständnislos. Halte durch Rochelle, ich komme, sagte Venus. Plötzlich tauchte etwas Grünes in der weißen Wand auf und rettete Rochelle aus dem farblosen Einerlei. Nach ein paar Sekunden Ziehen und Zerren war Rochelle von dem befreit, was sie jetzt als sehr engen Spinnenkokon erkannte. Buh lala, die Webtechnik ist wirklich fantastisch, stellte Rochelle fest. Ohne Rebeccas Bemerkung, weitere Beachtung zu schenken, schlang sie sich einen Streifen des Spinnennetzes wie einen Schal um den Hals. Sehr schick, findet ihr nicht? Der Kokon war so fein gesponnen, dass Rochelle noch Stunden später in der Hauswirtschaftsstunde von Miss Schülerschreck damit beschäftigt war, seidene Spinnfäden aus ihren Haaren zu zupfen, als Hudud hektisch hereingestürmt kam und mit den Armen wedelte. Keine Angst, Frankie, ich beschütze dich, brüllte Hudud und warf sich auf das attraktive grüne Monster, das nicht weit entfernt saß. Hudud, was machst du da? rief Frankie, die sich das Lachen kaum verkneifen konnte. Doch noch bevor Hudud etwas sagen konnte, beantwortete Laguna Frankies Frage. Anscheinend bist du vom Pech verfolgt und es sieht ziemlich pelzig aus, stellte das Salzwassermonster fest und sah die flauschige weiße Katze, die hinter Hudud hergelaufen war, misstrauisch an. Schüler, wir müssen Ruhe bewahren, flehte Miss Schülerschreck so panisch, als hätte sie gerade einen Pestausbruch miterlebt. Lasst uns die Nami holen, brüllte Hudud, der immer noch auf Frankie lag. Hört mal, ich bin mindestens so abergläubisch wie jeder andere, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir auch das hier Henry Huntschbeck zu verdanken haben. Er hat im Monsterschülercafé eine ganz ähnliche Nummer abgezogen, versicherte Frankie ihren Mitschülern und versuchte gleichzeitig Hudud von ihrem Schoß zu schieben. Klingt vernünftig, stellte Laguna mit einem erleichterten Seufzer fest. Wahrscheinlich hat er das arme Vieh in seinem verrückten Naturwissenschaftenkurs weiß gefärbt, um uns zu ärgern. Als sich alle Schüler wieder beruhigt hatten, entdeckte Rochelle etwas, das am Halsband der Katze befestigt war. Es sah aus wie ein kleines, gerolltes Stück Pergament, ähnlich dem, was sie in der Puppe gefunden hatten. Regardé, da ist etwas unter ihrem Halsband, flüsterte Rochelle Wienes zu. Miss Schülerschreck, ich melde mich freiwillig, um das Tier zur Schulleiterin zu bringen, bot Wienes höflich an. Ich auch, rief Rochelle. Ich auch, beteuerte Rebecca hastig. Als die drei auf dem Flur in Sicherheit waren, zog Wienes das vergilbte Pergament unter dem Halsband der Katze hervor. Hier sind auch Spinnenweben, die Biester sind wirklich überall, stellte Wienes fest und entrollte das Papier. Was steht da? Rebecca stieß Wienes neugierig an. Sie werden euer Verderben sein, wartet es nur ab, las Wienes vor und schnupperte dann an dem Papier. Rosen und Lilien. Glaubt ihr, dass das Parfum ein Hinweis ist, der uns zu Miss Flapper führen soll? fragte Rebecca. Vielleicht riechen diese Botschaften aber auch nach Miss Flapper, weil sie sie selbst schreibt, gab Rochelle zu bedenken. Also, diese ganze Sache bringt meine Kolben aus dem Takt, stieß Rebecca hervor. Ich weiß, dass wir eigentlich erst mit Schulleiterin kopflos oder Miss Tsunami sprechen wollten, sobald wir Beweise haben, aber ich glaube, das sollten wir noch einmal überdenken. Ganz meine Meinung. Ich stimme für Miss Tsunami. Sie war schon immer misstrauisch, was Miss Flapper angeht, sagte Wienes. Leichter Regen fiel auf die üppigen Rasenflächen der Monsterhai und brachte die grünen Halme trotz des bewölkten Nachmittagshimmels zum Glitzern. Wo ist Miss Tsunami? Ich fange an zu rosten, wenn ich noch länger hier draußen bleibe, maulte Rebecca unter ihrem Regenschirm. Da ist sie, rief Wienes, die Miss Tsunami entdeckt hatte. Miss Tsunami, wir müssen Sie sprechen, hin, begann Wienes, doch die energische Person fiel ihr ins Wort. Nicht erwachsene Wesen, den Unterricht zu schwänzen ist gegen die Schulregeln und deswegen werdet ihr mir jetzt in den Kerker folgen, denn auf diese Regelverletzung folgt unweigerlich nachsitzen. Soll mir recht sein, Hauptsache wir kommen aus dem Regen, murrte Rebecca. Zurück auf dem trockenen Schulflur erklärte Wienes, dass ihnen Miss Schülerschreck erlaubt hatte, ihren Unterricht zu verlassen, damit sie Miss Tsunami die weiße Katze bringen konnten. Wenn das wahr ist, nicht erwachsenes Wesen, wo ist dann diese Katze? fragte Miss Tsunami streng. Da meine Freundinnen ein wenig abergläubisch sind, habe ich die Katze in meinen Beutel gesteckt, sagte Rochelle und zog das kleine, pelzige Tier daraus hervor. Normalerweise bekomme ich beim Anblick einer weißen Katze eine Gänsehaut und weiche Knie. Aber da das hier nur wieder ein alberner Scherz von Henry Huntschbeck ist, lässt mich dieses Tier vollkommen kalt, verkündete Miss Tsunami und sah einen der Trolle an. Bitte entfernen Sie diese Katze vom Schulgelände. Miss Tsunami, wir glauben, dass mehr dahinter steckt. Wir haben nun schon zwei merkwürdige Botschaften gefunden, die beide leicht nach Miss Flappers Parfum gerochen haben, berichtete Rebecca. Schweig! Das alles ist ein schlechter Scherz, sonst nichts. Also hört auf, Verschwörungen zu wittern, wo keine sind und kehrt in eure Klasse zurück, befahl Miss Tsunami energisch und stürmte davon. Rebecca, Rochelle und Venus, die immer noch ganz nass vom Warten im Regen waren, beschlossen sich umzuziehen, bevor sie zum Unterricht zurückkehrten. Doch als sie in den Gang zu den Zimmern einbogen, entdeckten sie die unverwechselbare Silhouette von Miss Flapper vor ihrer Zimmertür. Madame Flapper, sagte Rochelle und erschreckte den Drachen damit. Können wir Ihnen helfen? Oh nein, ich bin nur vorbeigekommen, um zu fragen, ob ihr nach Schulschluss zum Tee zu mir kommen möchtet, sagte Miss Flapper. Ich habe ein paar sehr leckere Blaubeertörtchen anzubieten. Danke, aber wir müssen Hausaufgaben machen, antwortete Venus ziemlich unfreundlich. Ich muss sagen, Miss Flapper, dass ich es sehr merkwürdig finde, dass sie um diese Tageszeit kommen, um uns zum Tee zu bitten. Immerhin ist der Schultag noch lange nicht zu Ende, bemerkte Rochelle jetzt höchst misstrauisch. Normalerweise hätte ich das nicht getan, aber Gina Fire hat mir gerade eine SMS geschickt, dass ihr die Hauswirtschaftsstunde früher verlassen habt. Deswegen dachte ich, dass jetzt der ideale Zeitpunkt wäre, euch einzuladen, sagte Miss Flapper sanft und entschwebte dann in ihr eigenes Zimmer. China Fire spioniert uns nach und hält Miss Flapper auf dem Laufenden, wann wir kommen und gehen, flüsterte Venus, als sie ihr Zimmer betraten. »Buh lala, das klingt gar nicht gut«, murmelte Rochelle betroffen. »Ich glaube, jetzt besteht kein Zweifel mehr, dass sie Gina Fire und Skeleta unter ihrer Kontrolle hat.« Wieder in trockenen Sachen machten sich die drei über die knarrende, pinkfarbene Treppe auf den Rückweg in die Klasse von Miss Schülerschreck. Doch bevor sie dort ankamen, spürten sie, wie etwas gegen die Wände prallte. »Was war das?« fragte Venus erschrocken und Rebecca und Rochelle folgten ihr in den Hauptflur. Mitten auf diesem Flur stand Missunami, umringt von einem Riesentrupp Trolle. Die nasse Frau war vor Wut so außer sich, dass sich Schaum vor ihrem Mund gebildet hatte. Die drei Freundinnen schlichen behutsam näher und erkannten, dass die Trolle nicht nur um Missunami herumstanden, sondern sie sogar festhielten, um zu verhindern, dass sie ihre »Welle« noch einmal gegen die Wand warf. Rebecca hatte ihre mit Kupferplättchen besetzten Lippen bereits geöffnet, um sich zu erkundigen, was hier los war, als sie die großen schwarzen Buchstaben entdeckte, die jemand quer über die Schließfächer geschmiert hatte. Die Botschaft war ebenso kurz und knapp wie die anderen, die sie bisher gefunden hatten. »Sie beobachten euch!« »Vandalismus ist gegen die Schulregeln!« kreischte Missunami außer sich vor Wut. »Jemand soll Henry Huntschbeck herholen!« befahl Missunami. »Er heute nicht da, heute krank!« grunzte einer der Trolle. »Ich wusste schon immer, dass Ungezogenheiten ansteckend sind, und das ist der Beweis!« wütete Missunami. »Und wenn ich herausfinde, wer das war, werde ich ihm einen Verweis erteilen, ihn von der Teilnahme an der Hexfactor-Talentschau nächste Woche ausschließen und ihn dazu verdonnern, die Trollunterkünfte zu reinigen!« Es dauerte nicht lange, bis Spectra Fondergeist, die aktivste Bloggerin der Schule, Wind von der Geschichte bekam und dem unbekannten Schreiber den Namen Scherzbold verpasste. Nur wenige Tage später hatten alle Schüler eine neue Lieblingsbeschäftigung. Scherzbold raten. Sie verbrachten jede freie Minute damit zu diskutieren, wer die geheimnisvolle Botschaft wohl hinterlassen haben konnte. Und je mehr Botschaften auftauchten, desto neugieriger wurden alle. »Was ist nun mit unseren Mitschülern und Lehrern los?« fragte Wienes ihre Freundinnen frustriert, nachdem sie den wilden Spekulationen einer weiteren Monstergruppe zugehört hatten. »Wieso glauben Sie alle diesen Scherzbold-Unsinn? Denken die wirklich, dass diese Botschaften das Werk eines unbekannten Künstlers sind?« »Ich schwürchte, diese ganze Scherzbold-Sache lässt sich ganz einfach zusammenfassen«, bemerkte Rochelle ernst. »Wer die Vergangenheit vergessen hat, ist dazu verdammt, sie noch einmal zu erleben.« »Kein Miau mehr! Kein Miau mehr! Böse Katze! Böse Katze! Hier lang! Nein, da lang!« Es war ein wirklich komischer Anblick. Trolle, die Katzen durch die Gänge trieben. Ebenso wie die Trolle gehorchten auch Katzen niemandem, änderten ihre Meinung vollkommen unvorhersehbar und hatten stets nur ihr eigenes Vergnügen im Kopf. Deshalb war es kein Wunder, dass die Trolle das Zusammentreiben der Katzen, das ihnen zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben übertragen worden war, hassten wie die Pest. Aber da jeden Tag Unmengen weißer Katzen auf den Fluren auftauchten, war es ein wichtiger Bestandteil ihrer Kontrollaufgaben, für ihre Entfernung zu sorgen. Nachdem die Trolle die kleinen Pergamentrollen unter den Halsbändern der Katzen hervorgezogen hatten, ließen sie sie am Ortsrand frei. Mit dem Auftauchen von immer mehr Botschaften und Katzen auf dem Schulgelände hatte sich auch das Interesse am Scherzbold vervielfacht. Die Schüler waren so fasziniert von dem geheimnisvollen Monster, dass sie sogar die Hex-Factor-Talentschau aus den Augen verloren hatten, die schon in wenigen Tagen stattfinden sollte. Wusstet ihr, dass heute Vatertag ist? Ich hätte es bestimmt vergessen, wenn mich mein I-Connector nicht daran erinnert hätte. Das Ding hilft mir wirklich, mein Leben zu organisieren, verkündete Rochelle freudig. Ich kann nicht fassen, dass heute schon Vatertag ist. Ich wette, Papp sitzt am Teich, knietief in der Erde und genießt die Sonne, erklärte Wienes lächelnd. Es gibt nichts Besseres als etwas Photosynthese, fuhr sie fort und griff nach ihrem I-Connector, um zu Hause anzurufen. Während Wienes mit ihrem Vater plauderte, wählte Rochelle höchst behutsam die Nummer ihrer Eltern, um nicht mit ihren Steinkrallen das Display zu zerbrechen. Zuzuhören, wie ihre Zimmergenossinnen am Telefon scherzten, löste in Rebecca ein Gefühl aus, das sie schon lange nicht mehr verspürt hatte. Heimweh. Weil sie den anderen nicht die Freude verderben wollte, schlich sie leise aus dem Zimmer. Rebecca sehnte sich nach ihrem Vater und um ihm wenigstens gefühlsmäßig nahe zu sein, ging sie an den Ort, der sie am meisten an ihn erinnerte, in die Katakomben. Als sie allein mit dem Fahrstuhl nach unten fuhr, dampften ihre Augen unkontrollierbar. Rebecca stieg aus dem Fahrstuhl, wischte sich das Kondenswasser aus dem Gesicht und musste feststellen, dass das Willkommensschild jetzt zur Hälfte von Spinnweben bedeckt war. Miss Tsunami muss unbedingt etwas gegen diese Krabbelfiecher unternehmen, dachte Rebecca. Doch dann wurde ihr bewusst, dass sie zwar Unmengen von Spinnweben gesehen hatte, aber keine einzige Spinne. Wie war so etwas möglich? Hatten die Spinnen einen Weg gefunden, sich ungesehen durch die Schule zu bewegen? Rebecca wanderte durch die matt erleuchteten Tunnel der Katakomben. Eine plötzlich auftretende Parfumwolke traf sie wie ein Keulenschlag, nahm ihr den Atem und trieb ihr den Dampf aus den Ohren. Das lag jedoch nicht daran, dass der Duft unangenehm oder mit einer gefährlichen Chemikalie versetzt gewesen wäre. Es war einfach der vertraute Duft von Miss Flappers Parfum, diese betörende Mischung aus Lilien und Rosen. Ich kann nicht fassen, wie unsensibel wir waren. Was stimmt nicht mit uns? stöhnte Venus und verbarg ihr Gesicht hinter den weichen, grünen Händen. Ich muss zugeben, dass es selbst für Misch als Gargoyle ziemlich gefühllos war, den Vatertag zu erwähnen, ohne einen Gedanken an ihre Lage zu verschwenden, gab Rochelle zu. Wir müssen Rebecca finden, sie fühlt sich bestimmt schrecklich. Ob sie zu Skeleta und Jaina Feier gegangen ist? Nie im Leben. Sie weiß doch, dass die beiden unter dem Bann von Miss Flapper stehen könnten, widersprach Venus nach einer kurzen Denkpause. Es sei denn, dass sie genau deswegen zu ihnen gegangen ist, um weitere Informationen über ihre Beziehung zu Miss Flapper zu sammeln. Buh la la, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen, war noch nie eine gute Idee. Wir sollten sofort gehen. Rochelle klopfte mit ihren frisch manikürten, pinkfarbenen Krallen an die Türe ihrer Nachbarin und erließ dabei kaum wahrnehmbare Dellen im Holz. Durch die dicke Tür war gedämpftes Mädchenlachen zu hören, was Rochelles und Wienes Hoffnung verstärkte, Rebecca in diesem Zimmer zu finden. Herein! rief Jaina Feier laut. Wienes stieß die Zimmertür mit solcher Wucht auf, dass sie dabei fast eine Ranke abriss. Hallo, ihr beiden! säuselte eine verführerische Stimme in einer Ecke des super aufgeräumten Zimmers. Ich bin gerade mit Tee und Törtchen hergekommen. Möchtet ihr euch zu uns, Gesellen? Die Person, die es sich in einem langen Seidenkimono auf der Couch bequem gemacht hatte, war niemand anders als Miss Flapper. Sie war jedoch nicht allein. Zu ihren Füßen hockten zwei Trolle wie Wachhunde. Sisi, setzt euch! Wir machen eine Teeparty! lud Skelita sie ein. Eigentlich suchen wir Rebecca. Habt ihr sie zufällig gesehen? Es tut mir wirklich leid, euch das sagen zu müssen, aber ich habe Rebecca heute noch gar nicht gesehen, sagte Jaina Feier und spielte dabei an den grünen Strähnchen am Ende ihres goldenen Drachenschwanzes herum. Wollt ihr nicht doch bleiben? Erkundigte sich Miss Flapper. Die Trolle sind wahre Fußmassagemeister. Buh lala, das hört sich nicht gerade verlockend an, sagte Rochelle, die sich nicht vorstellen wollte, wie die Trolle mit ihren Schmutzhänden ihre wohlpolierten Füße anfassten. Dann vielleicht ein anderes Mal. Denk daran, ich wohne gleich nebenan. Das vergessen wir bestimmt nicht, Miss Flapper, versicherte ihr Wienes ehrlich. Vielleicht zu ehrlich, denn Miss Flapper wirkte alles andere als begeistert. Nachdem Rebecca dem panikauslösenden Parfum-Duft entkommen war, nutzte sie das Klassenzimmer von Mr. Mumia als Abkürzung zum Fahrstuhl. Als sie durch die bunten Tische und Stühle eilte, blieb sie plötzlich wie erstarrt stehen. Jemand hatte mit pinkfarbener Leuchtfarbe eine weitere Botschaft an die Wand geschrieben. Ihr habt nicht zugehört. Jetzt ist es zu spät. Wir sind alle dem Untergang geweiht. Oh nein, oh nein, murmelte Rebecca vor sich hin und rannte zum Fahrstuhl, um möglichst schnell jemanden von ihrer Entdeckung zu berichten. Als die Fahrstuhltüren auf Höhe des Hauptflors aufglitten, stürmte die geschockte Rebecca heraus und prallte mit Spectra Fondergeist zusammen. Die eifrige Reporterin war gerade dabei, einen Blog-Eintrag von ihrem iConnector hochzuladen. Es gibt eine neue Botschaft. Vor dem Labor für verrückte Naturwissenschaften? Ich weiß. Ich schreibe gerade in meinem Blog darüber. Ich muss sagen, dass unser Scherzbold ziemlich aktiv ist. Das Labor für verrückte Naturwissenschaften? Ich spreche von den Katakomben, rief Rebecca, doch dann verstummte sie. Warte, was steht am Labor für verrückte Naturwissenschaften? Tut mir leid, aber um das zu erfahren, musst du meinen Blog lesen, antwortete Spectra mit einem Lächeln und schwebte davon. Rebecca verlor keine Zeit. Sie holte ihren iConnector heraus, um sich Spectras letzten Blog-Eintrag anzusehen. Und wieder hat unser Scherzbold der berüchtigte Graffiti-Sprayer der Monsterhai zugeschlagen. Doch diesmal hat er sich einen sehr mächtigen Mann zum Feind gemacht. Mr. Hackington, las Rebecca. Scherzi hat diesmal »Sie werden »Sie werden unser Untergang sein« und »Sie werden unser Ende sein« auf den Boden vor dem Labor für verrückte Naturwissenschaften geschrieben. Mr. Hackington hat angedroht, Scherzi durchfallen zu lassen, sobald bekannt wird, wer er oder sie ist. Bleibt dran! Ach, und vergesst euren Schirm nicht, es sieht nach Regen aus. Rebecca steckte ihren iConnector wieder ein, raste durch den Gang in Richtung Schlafräume, schob den Spinnvorhang zur Seite und raste den Flur entlang, bis sie vor ihrer Zimmertür abrupt zum Stehen kam. Denn dort vor ihrer Tür wartete Captain Cent mit einer Nachricht um den Hals. Oh nein, oh nein, dachte Rebecca panisch, sie haben sich an Captain Cent vergriffen. Rebecca brachte es nicht über sich, die Botschaft völlig allein zu lesen und machte sich deswegen auf die Suche nach Rochelle und Winas. Eine Suche, die schnell beendet war, weil die beiden bereits hinter ihr standen. Während Rebecca zu erzählen versuchte, was sie gefunden hatte, wurde sie immer wieder von Rochelle und Winas unterbrochen, die ihr versicherten, dass sie überall nach ihr gesucht hatten und wie leid es ihnen tat, dass sie den Vatertag so unsensibel zur Sprache gebracht hatten. Nun hört endlich mit dem Vatertag auf! Können wir uns jetzt bitte um Captain Cent kümmern? brüllte Rebecca schließlich und zeigte nach unten. Bringen wir sie rein, sagte Winas. Sie hob den missmutig dreinschauenden Pinguin auf und trug ihn in die Kammer der kopflosen Prinzessin. Nachdem Winas ihr die Botschaft abgenommen und sie überflogen hatte, machte sie ein nachdenkliches Gesicht, was Rochelle zu einem energischen Räuspern veranlasste. Winas, du musst laut vorlesen, was da steht. Sieh dir die arme Rebecca doch an, ihr fliegen sämtliche Dichtungen raus, wenn du sie noch länger auf die Volt erspannst. Winas nickte und schürzte die Lippen, bevor sie endlich anfing, die Nachricht vorzulesen. Hallo früh früh am früh am Morgen sprang Rebecca aus dem Bett und schrie »Wie spät ist es? Wie spät ist es?« »Geh wieder ins Bett«, knurrte Winas unter ihren Decken aus Mumiengase und Wehrwolfsfell. Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen. »Genau genommen ist sie aufgegangen, Winas. Sie versteckt sich nur hinter all diesen schwarzen Reckenwolken. Rebecca ist ausnahmsweise pünktlich«, verbesserte Rochelle und im selben Augenblick fing ihr Wecker an zu piepen. »Hast du das gehört, Captain Sand? Ich bin pünktlich, juhu, ich bin so glücklich, ich könnte drei Runden ums Schulgelände drehen. »Reg dich ab, Rebecca«, murrte Winas schlaftrunken. »Wenn du drei Runden um die Schule fliegst, verpasst du das Frühstück und kommst ganz sicher zu spät zum Katakombenkurs. Die drei verschlafenen Monster hatten gerade im Monsterschülercafé Platz genommen, als Laguna mit einem schmutzigen Stück Papier in der Hand an ihren Tisch gestürmt kam. »Wienes, ich hab dich überall gesucht«, verkündete Laguna aufgeregt. »Ich war gerade beim Komposthaufen und wollte ihn mit Erde abdecken, damit er geschützt ist, bis der Regen aufhört. Aber dazu bin ich nicht gekommen, denn sieh dir an, was ich gefunden habe. Aufgespießt am Kerngehäuse eines Apfels«, und reichte Wienes den schmutzigen Zettel. »Tick, tack, tick, tack, eure Freiheit ist bald vorbei, denn sie sind nicht mehr weit«, las Wienes laut vor. »Ich muss sagen, dass ich diese ganze Scherzboltsache allmählich ziemlich unheimlich finde«, gestand Laguna, »und nicht auf eine angenehm gruselige Art. Das kannst du laut sagen«, bemerkte Wienes, die unauffällig an der Nachricht geschnuppert hatte und Rebecca und Rochelle nun mit einem Nicken informierte, dass auch dieser Zettel nach Parfum roch. »Kommt jetzt, wir müssen uns beeilen, um nicht zu spät in die Katakomben zu kommen, Scherzbold oder nicht. Wir müssen unbedingt herausfinden, ob es bei diesen Botschaften um Miss Flapper geht oder ob sie sie geschrieben hat«, sagte Wienes ernsthaft, während sie und die Freundinnen die Erde ihrer Ausgrabungsstelle in den Katakomben durchsiebten. »Hilfe, Hilfe!« Frankie Steins Stimme heilte durch die Tunnel und veranlasste alle in Hörweite in den Klassenraum zurückzurennen. In der Mitte des Raums begutachtete Mr. Mumie einen mit Spinnfäden bedeckten Zettel, der in einer weiteren Puppe der Verdammnis entdeckt worden war. »Was steht da?« fragte Wienes Draculaura. »Wie könnt ihr hier in der Vergangenheit herumstöbern, während sie die Zukunft zerstören?« antwortete Draculaura. »Aber das ist noch nicht alles. Als Frankie die Puppe geöffnet hat, kam ein dicker Stein von der Decke herunter und hat sie nur um Haaresbreite verfehlt. Es ist mir egal, was alle sagen. Diese Puppen bringen Unglück. Sieh dir doch nur an, was Frankie beinahe passiert wäre. »Monsterschüler, ich muss mit der Schulleiterin sprechen. Aus diesem Grund bleibt mir keine andere Wahl, als die Stunde vorzeitig zu beenden. Bitte packt eure Werkzeuge weg und geht zum Fahrstuhl.« wies Mr. Mumie seine Klasse an. »Puppen können kein Unglück bringen«, flüsterte Rochelle ihren Monsterfreundinnen zu. Dass sich dieser Stein von der Decke gelöst hat, war nur ein Zufall. Ob sie nun Unglück bringen oder nicht, zumindest begreift endlich jemand, dass das Ganze nicht nur ein Streich ist, murmelte Venus erleichtert. Rebecca, Rochelle und Venus vermuteten, dass es an Spectras geisterhafter Natur lag, dass es ihr zufällig gelang, das Gespräch zwischen Mr. Mumie, der Schulleiterin und Miss Tsunami zu belauschen. Nachdem die Lehrer in den letzten Wochen sicher gewesen waren, dass es sich bei den vielen Botschaften und Katzen nur um dumme Streiche gehandelt hatte, war ihnen jetzt klar, dass die Monsterhai in echter Gefahr schwebte. Aber da sie nicht wussten, wovor die Zettel sie warnten oder wer sie geschrieben hatte, wussten sie auch nicht, was sie dagegen unternehmen sollten. Nur Minuten nachdem Spectra die Unterhaltung belauscht hatte, saß sie an ihrem Block und informierte alle, dass es keinen Scherzbold gab und dass die Schule in großer Gefahr schwebte. Dieser Blockeintrag veränderte die Stimmung auf den Fluren und erfüllte Schüler und Lehrer gleichermaßen mit einer furchtbaren Angst vor der Zukunft. Die angespannte Stimmung steigerte sich noch, als ein Monster nach dem anderen eine Puppe der Verdammnis vor den mysteriösen Angreifern. Das Schlimmste war jedoch, dass die Puppen jetzt von allen als Unglücksbringer angesehen wurden. Buh la la, jetzt drehen alle durch, stellte Rochelle kopfschüttelnd fest. Nicht erwachsene Wesen, ich muss euch kurz vertraulich sprechen. Miss Tsunami kam hereingeschwappt und bedeutete den Mädchen ihr zu folgen. Miss Tsunami steuerte die Phantomhalle zum stillen Lernen Ich brauche ein paar Informationen, sagte Miss Tsunami schließlich mit ungewohnt gedämpfter Stimme. Schulleiterin kopflos hat Miss Flapper vorbehaltlos geglaubt, als sie im letzten Halbjahr beteuert hat, dass sie unter einem Bann gestanden hätte, aber ich nicht. Man muss ganz schön früh aufstehen, um eine Katastrophen Koordinatorin zu täuschen. Und da ihr nicht erwachsenen Wesen zurzeit Tür an Tür mit diesem hinterhältigen Drachen wohnt, dachte ich, dass ihr vielleicht etwas gesehen habt. Etwas gesehen? Nein, etwas gehört? Ja, bestätigte Wienes. Kurz nach Beginn dieses Halbjahres haben wir gehört, wie jemand über unsere Zimmerdecke gekrochen und dann in Miss Flappers Zimmer gesprungen ist. Und dann haben wir gehört, wie sie mit ihrem Besucher geschimpft hat, weil er zu ihr gekommen ist und damit ihren ganzen Plan gefährde, berichtete Wienes. Hat sie gesagt, um welchen Plan es sich dabei handelt? Sie hat nichts darüber gesagt, erklärte Rochelle, und ich eilte es für ratsam, sie in nächster Zeit genauer zu beobachten, fügte sie hinzu. Miss Tsunami sprang vom Tisch auf, nickte zustimmend, stürmte hinaus und ließ nur eine Reihe Pfützen die im Küchengarten von Miss Schülerschreck hinter einem Pflanzkübel in Deckung gegangen war, fuhr mit ihren glatten Kupferfingern durchs Gras. Die weichen Halme kitzelten so angenehm, dass es das junge Monster sofort ablenkte. Die seidigen Halme wirkten so einladend, dass sie keinen Gedanken mehr an Miss Flapper verschwendete. Die kleine weiße Gänseblümchen pflückte und in einem Weidenkörbchen sammelte. Ich kann nicht fassen, dass sie Blumen pflückt. Wer macht denn sowas? flüsterte Winnes, nachdem sie zu Rochelle hinübergehuscht war. Evidemment tut es Madame Flapper, aber ich nehme an, dass das auch viele andere Monster machen, vor allem die, die einen Garten besitzen, erwiderte Rochelle. Winnes verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. Musste ihre Freundin denn wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen? Rost im Getriebe, zischte Rebecca, die erst jetzt vom Rasen aufschaute. Das Flügelmonster ist unterwegs, fuhr sie fort und zeigte auf Miss Flapper, die graziös auf das Gartentor zuschwebte. Die drei schlichen ihr nach bis ins Hauptgebäude. Der Schultag hatte zwar schon vor einer Stunde geendet, aber die Flore waren immer noch voller Schüler auf dem Weg zu ihren Nachmittags Clubs. Es war erstaunlich. Trotz der spürbaren Angst gingen die Schüler ihren Pflichten nach und trainierten Labyrinthskaten oder probten für ihren Auftritt bei der Hexfactor Talentshow, die jetzt kurz bevorstand. Rebecca, Rochelle und Rochelle und Wienes wahllos nach irgendeinem Buch. Regardez, sie spricht mit Gina Fire und Skeleta, zischte Rochelle. Reden die oder planen sie eine Verschwörung, wollte Wienes wissen. Ich muss sagen, dass sie sich näher zu stehen scheinen als eine Biene ihrem Honig und das gefällt mir gar nicht, murmelte Rebecca. Miss Flapper ist unterwegs. Wienes beobachtete, wie die elegante Drachenfrau auf den Ausgang zueilte. Wieder auf dem Schulflur gingen die drei erneut hinter ein paar Schülergruppen in Deckung, während Miss Flapper die Tür zum Ostflügel aufstieß. So viel zu unserer Verfolgung. Sie geht zurück in ihr Zimmer, stöhnte Wienes enttäuscht. Sie waren jetzt nur noch wenige Meter von Miss Flapper entfernt. Oh, rief Miss Flapper voller Panik und drehte sich zu Rebecca, Rochelle und Wienes um. Oh, Mädchen, es ist furchtbar. Ihr wurdet getroffen. Von einem Asteroiden? plapperte Rebecca unsinnigerweise. Rebecca, bist du verrückt geworden? Komplett mon voll. Was redest du von Asteroiden? warf Rochelle ihr an den Kopf. Oh, keine Ahnung, wenn ich unter Druck stehe, spuckt mein Mund einfach den ersten Gedanken aus, der mir in den Kopf kommt, verteidigte sich die verkupferte Rebecca, während ihr kleine Dampfwölkchen aus den Ohren schossen. Es tut mir unheimlich leid, euch verwirrt zu mitteilen, dass sie eine Botschaft an eure Tür hinterlassen haben, erklärte Miss Flapper freundlich. Venus las die Botschaft an der Zimmertür laut vor. Es ist an der Zeit, dass ihr erfahrt, wer sie sind. Guten Morgen, Monster! Heute erwartet uns ein weiterer verregneter und stürmischer Tag an der Monster High. Und damit meine ich nicht nur das Wetter. Gestern wurde die Zimmertür von Rebecca's Team, Venus McFlytrap und Rochelle Goyle mit der folgenden Nachricht beschmiert. Es ist an der Zeit, dass ihr erfahrt, wer sie sind. Kann es sein, dass die drei, die im letzten Halbjahr die Monsterflüsterei beendet haben, wissen, wer sie sind? Wissen sie mehr als wir und verraten es nicht? Wir Monster wollen informiert werden. Ach, und vergesst nicht eure Gummistiefel, der Regen hört nicht auf. Spectra ist ein netter Geist. Ist ihr nicht klar, dass sie mit diesem Eintrag Misstrauen gegen uns sät? murrte Venus und warf ihren Eye-Connector aufs Bett. Spectra sieht sich als Journalistin, die nur berichtet, was sie herausfindet, erklärte Rochelle. Das ist nichts Persönliches und jetzt sollten wir ins Monsterschüler Café gehen und frühstücken. Auf dem Hauptflur bekamen Rebecca, Rochelle und Venus plötzlich das Gefühl, dass etwas anders war als sonst. Habt ihr schon einmal geträumt, dass ihr in die Schule geht und von allen angestarrt werdet, ohne den Grund dafür zu kennen? schwatzte Venus nervös drauf los. Venus, ist das deine etwas komplizierte Art, uns zu sagen, dass du das Gefühl hast, fragte Rochelle. Ja, allerdings. Die starren uns wirklich alle an und das nicht besonders freundlich. Vielleicht hat sich Rochelle geirrt und sie haben Spectras Kommentare doch alle ernst genommen, sagte Rebecca, während ein fetter, schleimiger Troll einen Trupp weißer Katzen an ihnen vorbeitrieb. Meine Güte, was macht Hoodoo denn da, fragte Rebecca und zeigte auf die Flickenpuppe, die das Gesicht fest gegen Hoodoo ist alles in Ordnung, fragte Rebecca freundlich. Äh, äh, stotterte Hoodoo. Um es deutlicher auszudrücken, Rebecca möchte wissen, wieso du dein Gesicht an ein Schließfach drückst, erklärte Rochelle ihm in ihrem üblichen vernünftigen Tonfall. Ich dachte, wenn ich euch nicht sehen kann, könnt ihr mich auch nicht sehen, aber da habe ich mich wohl geirrt. Jammerte Hoodood. Der Junge mit der weichen, mit Nadeln gespickten Füllung nahm den Kopf langsam vom Schließfach. Er schluckte hörbar. Bitte tut Frankie nicht weh, flehte Hoodood. Dann rannte er vor sich hin murmelnd davon. Kann mir jemand erklären, was hier vorgeht, verlangte Rebecca und stampfte frustriert mit ihrem kniehohen Stiefel auf. Habt ihr es noch nicht gehört? schnurrte eine seidige Stimme. Oder genauer gesagt, habt ihr es noch nicht gelesen? Die Mädchen fuhren herum und entdeckten Tora Lee mit ihrem Eye-Connector in der Hand und einem gehässigen Grinsen im Gesicht. Ich nehme an, du beziehst dich auf Spectras Blog und um deine Frage zu beantworten, ja, wir haben es gelesen, antwortete Rochelle und klopfte mit den Fingerspitzen auf ihre Schultasche. Uh, lasst mich raten, ihr habt nur den ersten Eintrag gelesen. Keine Sorge, ich lese euch den aktuellsten gern vor, bot Tora Lee mit boshafter Stimme an. Einer anonymen Quelle zufolge sind sie, die in den Botschaften erwähnt werden, niemand anders als Rebecca Steam, Rochelle Goyle und Venus McFlytrap. Im Licht dieser neuen Erkenntnis sollten wir uns fragen, ob sie das Monster flüstern, von dem sie uns angeblich gerettet haben wollen, nicht selbst ausgelöst haben. Eine anonyme Quelle? wiederholte Venus geschockt. Wer könnte das sein? Gerüchten zufolge ist die anonyme Quelle klug, tadellos gestylt und wunderschön, schnurr, verkündete Tora Lee und zuckte triumphierend mit den Ohren. Ich weiß, dass alle wegen der aktuellen Lage an der Monster High ein wenig durcheinander sind, aber vergesst nicht, wir sind Frighting Gates, wir müssen die Angst besiegen und den anderen helfen, wieder Mut zu fassen, verkündete Draculaura den nervösen Mitgliedern ihres Clubs. Danke, Draculaura, und jetzt bitte ich um Vorschläge, wie wir einander helfen können, solange wir von diesen unbekannten Feinden bedroht werden, verlangte Frankie und zupfte nervös an ihre Halsnaht. Unbekannt? Die sind doch nicht unbekannt. Sie sitzen gleich der Form, murmelte Tora Lee laut genug, dass alle es hören konnten. Rebecca, Rochelle und Venus starrten Tora Lee verblüfft an und warteten darauf, dass die anderen vernünftigeren Monster sie verteidigten. Doch als die Sekunden verstrichen, merkten die Freundinnen schnell, dass ihnen niemand zu Hilfe kommen würde. Ganz im Gegenteil. Die anderen Monster waren genauso misstrauisch wie Tora Lee. Ich fand es schon immer komisch, dass sie als einzige nicht unter dem Monster Flüsterband standen, knurrte ein junger Wehrwolf. Sie haben mit der Flüsterei angefangen und sich dann dafür feiern lassen, dass sie das Ganze beendet haben. Das ist, als würde man die Klassenarbeit selbst verfassen und dann damit angeben, dass man eine Eins geschrieben hat, rief ein Vampir empört und warf den drei Freundinnen einen wütenden Blick zu. Darf ich auch etwas dazu sagen? fragte Tora Lee und schritt in der Fledermaus Kunstgruft nach vorn. Wie wir alle wissen, macht die Monster Hai gerade eine harte Zeit durch. Und wenn so etwas passiert, müssen wir Monster noch härter, klüger und raffinierter sein. Manchmal müssen sich Monster schützen, sogar vor ihresgleichen. Nun, den meisten Monstern dieser Schule geht es gut, aber wir dürfen nicht zulassen, dass ein paar faule Äpfel alle anderen anstecken, fuhr Tora Lee fort. Und aus diesem Grund schlage ich vor, dass wir ein Komitee ins Leben rufen, bei dem alle Schüler das unmonsterliche Verhalten ihrer Mitschüler melden können. Das sollte für niemanden ein Problem sein, es sei denn, er oder sie hätte etwas zu verbergen, schloss Tora Lee und sah Rebecca, Rochelle und Venus herausfordernd an. Was soll das? Bei allem Respekt für unsere Wehrkatze sollten wir doch nicht vergessen, dass sie in der Vergangenheit nicht den besten Ruf hatte, was Freundlichkeit und Mitgefühl anbelangt, rief Frankie. Ich weiß, dass wir alle Angst haben und das mit gutem Grund, aber wir sind Frightingales. Wir haben uns der Ehrlichkeit verschrieben und dienen der Gemeinschaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Angst das zerstört, was wir sind. Und vertraut mir, genau das wird passieren, wenn wir einander nachspionieren und jede Kleinigkeit melden, die wir hören oder richtig. Wie du meinst, Frankie, knurrte Torali. Ach, und eins wollte ich dir schon lange sagen, grün steht dir nicht. Und mit diesem Schlusswort beenden wir die Versammlung, sagte Frankie deprimiert. Dann ließ sie sich auf ihren Stuhl fallen und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Die Monsterschar teilte sich wie das Rote Meer, als Rebecca, Rochelle und Venus in Richtung Tür gingen. Da niemand die drei berühren wollte, nicht einmal aus Versehen, drückten sich alle an die mit den verschiedensten Kunstwerken geschmückten Wände. Unfassbar! Wir haben uns gerade erst an der Monster hereingelebt und schon sind wir ausgestoßen, flüsterte Rebecca bedrückt. Ich finde es besonders verstörend, dass alle außer Frankie uns bereits verurteilt haben und dass sich niemand die Mühe gemacht hat, herauszufinden, wer Spectras anonyme Quelle ist und ob er oder sie überhaupt die Wahrheit gesagt hat. Wir müssen herausfinden, was Miss Flapper mit diesen Botschaften zu tun hat, sagte Venus. Uns und auch der Schule zuliebe. Ich muss sagen, es ist äußerst unangenehm, als Feind angesehen zu werden. Nicht, dass mich das überraschen würde, meinte Rochelle. Doch dann wurde sie von einem platschenden Geräusch abgelenkt. Hallo Mädchen, rief Schulleiterin kopflos, als sie Rebecca, Rochelle und Venus auf dem Flur entdeckte. Schulleiterin Blattgut, Sie sind ja nasser als Miss Tsunami, bemerkte Rebecca. Das Wetter ist einfach furchtbar. Ich war draußen, um nach einem der Trolle zu sehen, der neuerdings darauf besteht, auf einem Baum zu schlafen. Er steckt mitten in einer Identitätskrise und scheint sich für ein Eichhörnchen zu halten und dieser Regen ist wirklich grässlich. Schulleiterin, ich bin sicher, dass Sie die Gerüchte über uns gelesen haben, bemerkte Venus Ernst. Und nun sprich nicht weiter. Weder Miss Tsunami noch ich glauben diesen Unsinn. Ihr müsst verstehen, dass die Schüler Angst haben. Die habe ich übrigens auch. Und wir haben immer noch keinen Hinweis, wer dahinter steckt. Hat Miss Tsunami noch nicht mit Ihnen über Miss Flapper gesprochen? fragte Rochelle. Oh, genug von Miss Flapper. Ich habe eine hervorragende Menschenkenntnis und deshalb könnt ihr mir vertrauen, wenn ich euch versichere, dass dieser Drache nichts damit zu tun hat. Ehrlich gesagt glaube ich, dass Miss Tsunami Miss Flapper nur deshalb nicht leiden kann, weil sie in der Highschool beliebt war und zu nicht und dann schlenderte Schulleiterin kopflos ohne Abschiedsgruß davon. Dass sie mitten in einer Unterhaltung war, hatte sie anscheinend vollkommen vergessen. Wir müssen der Sache unbedingt auf den Grund gehen, auch weil es so aussieht, als würde unsere kopflose Schulleiterin nicht an den richtigen Orten suchen, entschied Wienes, deren Ranken sich vor lauter Besorgnis sträubten. Sollen wir Psy um Hilfe bitten? Wobei, ich habe ihn in letzter Zeit kaum gesehen. Es kommt mir beinahe so vor, als würde er mir aus dem Weg gehen. Ihr glaubt doch nicht, dass er das tut, oder? fragte Rebecca ihre Freundinnen besorgt. Nein, natürlich nicht, antwortete Wienes überzeugt, vielleicht ein wenig zu überzeugt. würde Psy dir nie antun. Es sei denn, er ist wie der Rest der Schule und glaubt auch, dass wir sie sind, gab Rochelle zu bedenken. Das ist doch Unsinn. Psy kennt mich. Er kennt uns alle. Er hat uns geholfen, das Monster flüstern zu besiegen. Ich bin sicher, dass er nur zu viel zu tun hat. Das ist alles. Was ist das für ein Ding in meinem Bett? fragte Rebecca nur Sekunden, nachdem die drei ihre Kammer der kopflosen Prinzessin betreten und das Licht eingeschaltet hatten. Seht euch das an! Jemand hat mir ein Riesenei ins Bett gelegt! Ein Ei? wiederholte Venus ungläubig. Es sah tatsächlich aus wie ein übergroßes Ei. Doch bei genauerem Hinsehen erkannte Venus, dass es nicht von einer Eierschale umgeben war, sondern von fein gewebten Spinnenfasern. Das ist ein Spinnennetz, oder? fragte Rochelle und stieg aufs Bett, um es sich genauer anzusehen. Irgendetwas stimmt nicht mit all diesen Spinnweben. Das ergibt keinen Sinn. Um die ganzen Netze zu spinnen, die wir auf dem Schulgelände gefunden haben, bräuchte es Tausende von diesen kleinen schwarzen Spinnen und dabei haben wir bisher keine einzige zu Gesicht bekommen. Das stimmt. Abgesehen von denen, die den Vorhang auf dem Flur spinnen, habe ich keine gesehen, bestätigte Venus. Dann hob sie das gewebte Ei hoch und sah es sich genauer an. Da ist etwas drin. Viel Glück. Das ist ungefähr so, als würde man ein ganz besonders gruseliges Geburtstagsgeschenk auspacken, stellte Rebecca fest. Wieso soll ich das machen? Es liegt doch in deinem Bett, konterte Venus und legte das Ei wieder zurück. Und vergiss bitte nicht, wer Rochelle aus ihrem Spinnwebschlafsack befreit hat. Wo ist impossible? Ich mache es, sagte Rochelle gereizt. Zumindest hast du die perfekten Krallen, um Dinge zu öffnen, bemerkte Rebecca, während Rochelle die gewebte Hülle aufriss und eine weitere Puppe der Verdammnis zutage förderte. Die großen schwarzen Augen der grob geschnitzten Puppe schienen Rochelle so drohend anzustarren, dass ihr für einen Moment der Atem stockte. Für eine Sekunde war sie nicht mehr sie selbst und konnte plötzlich verstehen, wieso ihre Mitschüler solche Angst vor den Puppen, den Katzen und all dem anderen hatten. Um ihre Angst zu bekämpfen, bückte sie sich und schmetterte die Puppe auf den Boden. Rochelle öffnete die Puppe. Darin befand sich ein kleiner, zerknitterter und in Spinnweben gehüllter Zettel. Nachdem Rochelle die Spinnfäden sorgfältig entfernt hatte, entfaltete sie das Stück Papier. Morgen kommen sie, las Rochelle vor und seufzte schockiert über diese Information. Morgen? In einem Monat oder einem Jahr wäre mir viel lieber gewesen. Ich meine, wir sind doch gar nicht vorbereitet, jammerte Robecker hysterisch und mit dampfenden Ohren. Und technisch gesehen ist morgen schon in ein paar Stunden. Kommen sie gleich um Mitternacht oder später am Tag? Sie hätten uns wenigstens eine genaue Uhrzeit mitteilen können, plapperte Robecker hektisch vor sich hin. Gib das her, verlangte Venus, schnappte sich den Zettel, knüllte ihn zu einem Ball zusammen und ging damit zu Chewie. Weit aufmachen, kleiner Freund! Und einfach so verschluckte die Pflanze das zusammengeknüllte Papier. Ich hätte nie gedacht, dass Chewys Fresquere jemals so nützlich sein würde, bemerkte Rochelle ehrlich beeindruckt. Morgen, sie kommen schon morgen, murmelte Robecker. Was ist an Morgen so besonders? fragte Venus und betrachtete die halb zerbrochene Puppe der Verdammnis. Die X-Factor Show, antwortete Rochelle, die auf dem Terminkalender ihres iConnectors nachgesehen hatte. Während die Außenwelt in ein Wetterchaos versank, komplett mit Orkanböen, Hagelschauern und heftigem Regen, bereiteten sich Robecker, Rochelle und Venus auf einen Tag vor, der zweifellos sehr ereignisreich werden würde. Sollten wir die anderen nicht warnen, letzten Zettel stand, fragte Robecker. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir sind Ausgestoßene. Uns würde niemand glauben, dank unserer anonymen Freundin Tora Lee glaubt jetzt die ganze Schule, dass wir die berüchtigten sie sind, sagte Venus, als sie den gewebten Vorhang auf dem Flur zur Seite schob. Und dann sind da noch die Spinnen. Wie passen die dazu? Vielleicht ist ein Spinnenflüsterer unter uns, überlegte Rochelle. Man bräuchte schon eine ganze Spinnenarmee, um all die Botschaften und Puppen zu befördern. Von den Katzen ganz zu schweigen, erwiderte Venus. Und bis jetzt haben wir keine einzige Spinne gesehen. Könnte ich euch bitte kurz sprechen? fragte Miss Flapper. Äh, ja, klar, antwortete Venus zögernd. Wie mir scheint, seid ihr die Zielscheiben einiger gemeiner Gerüchte. Ich glaube, ich weiß, wie ihr euch dabei fühlt. Nach allem, was im letzten Halbjahr passiert ist, misstrauen mir auch jetzt noch einige Monster und sind überzeugt, dass ich nichts Gutes im Schilde führe. Ein paar von ihnen haben mich sogar verfolgt, fügte Miss Flapper spitz hinzu und Tränen traten ihr in die Augen. Es fällt mir schwer, diese Blicke zu ertragen und sie nicht persönlich zu nehmen. Aber vergesst nicht, es ist nur die Angst, die die anderen Monster dazu bringt, euch zu misstrauen. Aber wisst ihr, was ich in solchen Augenblicken mache? Ich sage mir, dass alles irgendwann vorbeigeht. Ihr müsst dem Sturm einfach so gelassen und mitfühlen trotzen, wie ihr könnt. Vielen Dank, ehrlich, denn die Worte des Drachen hatten sie tatsächlich berührt. Und meine Einladung zu Tee und Törtchen gilt natürlich weiterhin, versicherte Miss Flapper, betupfte sich die Augen mit einem Taschentuch und schwebte davon. Also, das war ein erstklassiger Auftritt, murmelte Venus. Ich finde es sehr interessant, dass sie ausgerechnet heute alle Register zieht und nicht einmal vor Tränen zurückschreckt, um uns auf ihre Seite zu ziehen. Sie will eindeutig verhindern, dass wir ihr weiterhin nachspionieren. Wer kann mir die Zutaten für ein Antischimmelserum für Kürbisköpfe nennen? fragte Mr. Hackington die Klasse und rieb sich seine kleinen Elfenohren, während er auf eine Antwort wartete. Weit hinten im Klassenraum schoss eine graue Steinhand nach oben und wedelte heftig hin und her, Rochelle, ich sag dir das nur ungern, aber nimm die Hand runter, er wird dich nie aufrufen, flüsterte Wienes Rochelle zu, aber ich weiß die richtige Antwort. Und wir wissen, wie sehr du richtige Antworten liebst, aber jeder unserer Mitschüler hält dich für eine Bedrohung. Wenn er dich aufrufen würde, würde in der Klasse das Chaos ausbrechen, erklärte Wienes und im selben Moment begann es, in der Sprechanlage des Klassenraums zu knistern. Miss Tsunami, wie schalte ich das ein? Die Stimme von Schulleiterin kopflos dröhnte aus dem Lautsprecher. Habe ich heute zum Mittag gegessen? Mir ist irgendwie so schwummerig. Das liegt daran, dass ihr halsundicht ist, Madame, bellte Miss Tsunami. Übrigens hört ihnen bereits die ganze Schule zu. Also in diesem Fall. Hallo Jungen und Mädchen. Hier spricht eure Schulleiterin. Ich habe gerade mit dem Sheriff gesprochen, der mich informiert hat, dass der Sturm auf der Straße Richtung Ort mindestens 20 Bäume und Leitungsmasten umgerissen hat. Damit niemand zu Schaden kommt, werden heute alle Schüler in der Schule übernachten. Vergessen Sie nicht den Hex Factor, ermahnte Miss Tsunami die Schulleiterin. Aber die Hex Factor Talent Show findet natürlich statt. Dank des Friedensvertrages zwischen Clio und Tora Lee hat sie allerdings kein Motto. Aber vielleicht ist es so noch spannender, denn jetzt kann jeder Teilnehmer sein eigenes Thema wählen. Kleine weiße Kerzen beleuchteten die Gänge in der Vampiraula und warfen lange verzerrte Schatten an die plüschigen purpurnen Wände. Da der Strom schon vor Stunden ausgefallen war, waren Schüler und Lehrer jetzt gezwungen, sich auf Kerzenlicht und ihren Einfallsreichtum zu verlassen. Aufgepasst, nicht erwachsene Wesen, bellte Miss Tsunami, als die Schüler für die Hex Factor Show in die Vampiraula strömten. Danke, dass ihr bereits eure Schlafsachen anhabt. Sofort nach der Show werdet ihr euch auf dem Hauptflur einfinden, wo Miss Schülerschreck und ich die so lange Unterricht in Hauswirtschaft gegeben, dass ihr Wäscheschrank übervoll ist. Hi, Rebecca, sagte Cy verlegen und folgte den Mädchen in die Aula. Wie? Du erinnerst dich noch an meinen Namen? knurrte Rebecca beleidigt. Ich verstehe nicht. Eigentlich habe ich dich immer als echten Freund gesehen, aber anscheinend habe ich mich geirrt. Du bist im selben Moment verschwunden wie alle anderen, fuhr Rebecca ihn an, während ihr Dampf aus den Ohren, der Nase und den Augen quoll. Du hast recht, das habe ich getan, und ich erwarte etwas Besseres von meinen Freunden, warf Rebecca ihm an den Kopf. Aber das ist es doch gerade, ich will nicht irgendeiner von deinen Freunden sein. Der einäugige Junge holte tief Luft, er musste ihr unbedingt so schnell wie möglich etwas sagen. Ich habe mich nur von dir ferngehalten, weil ich meinen ganzen Mut zusammennehmen musste, um dich zu fragen, ob du während der Show neben mir sitzen willst, stieß er hastig hervor. Also das haut mich jetzt aus den Socken, sagte Rebecca und gab Sai ein Küsschen auf die Wange. Es wäre mir eine Ehre neben dir zu sitzen. Sai grinste wie ein Kürbiskopf und folgte den Mädchen zu ihren Plätzen. Alle nicht erwachsenen Wesen, setzen, befahl Miss Tsunami von der Bühne. Kommt mir das nur so vor oder sind wir wirklich die einzigen, die von leeren Sitzen umgeben sind, fragte Rochelle und sah sich im Kerzenschein um. Also wenn ich nicht gerade so glücklich wäre, dass Gefühle verletzen, verkündete Rebecca glücklich. Der erste Teilnehmer der lang ersehnten Hex Factor Talent Show war niemand anders als der dreiköpfige Freddy, der seine drei Münder dazu benutzte, mit Bällen zu jonglieren. Auch wenn sein Auftritt nicht gerade atemberaubend war, freuten sich doch alle Anwesenden über die Ablenkung. Alle außer Rebecca, Rochelle und Venus. Da sie als einzige gewussten, dass sie bald kommen würden, blieb ihnen nichts anderes übrig, als Augen und Ohren offen zu halten. Gut gemacht, Freddy, lästerte Toralee spöttisch, als sie nach seinem Auftritt die Bühne betrat. Als nächstes ist Frankie Stein an der Reihe. Frankie, die ganz in weiß gekleidet war und die Mütze eines Küchenchefs auf dem Kopf trug, schob einen Servierwagen auf die Bühne. Nachdem sie ihre Kochjacke und die Mütze zurechtgerückt hatte, räusperte sich das grüne Monster und fing an zu singen. Ich war in der Folterküche bei Nacht, außer mir war niemand mehr wach. Ich hatte Hunger, mein Bauch tat schon weh, plötzlich kam mir eine geniale Idee, nur Milch und eine Tüte mit Pulver aus dem Schrank, dem Mixer sei Dank, so ein Monster Pudding ist fix gemacht, auch mitten in finsterer Nacht, sang Frankie, während sie auf der Bühne einen Pudding zusammenrührte. Hört mal alle zu, rief Torali, stürmte auf die Bühne und beendete damit abrupt Frankies Vortrag als singende Köchin. Wir müssen euch etwas sagen. Direkt hinter ihr war Cleo in Stöckelabsätzen aufgetaucht, auch sie wirkte ziemlich aufgelöst. Es ist ernst, verkündete sie. Wenn es schon wieder um das Motto geht, flippe ich aus, murmelte Venus. Während wir unser Make-up aufgefrischt haben, tauchte ein Dead-Ex-Zombie mit einem Päckchen auf und da Cleo ihre Schminke viel dringender braucht als ich, habe ich für das Päckchen unterschrieben, berichtete Torali dramatisch. Als ich das Päckchen dann öffnete, war darin eine große Kugel aus Spinnenfäden, in der ein Brief steckte, berichtete Cleo. Dann faltete sie das Briefpapier auseinander und las vor, was darauf stand. Wir haben eure Schulleiterin und werden sie nicht wieder herausgeben, bevor ihr sicher hinter Mauern eingesperrt seid. Wir werden nicht in euer Land eindringen. Ihr dürft gern alles Land innerhalb der Stadtgrenze von Salem für euch beanspruchen. Aber wir fühlen uns in der Nähe von Kreaturen wie euch nicht mehr sicher. Mehr steht da nicht. Missunami stürmte auf die Bühne, verspritzte Wasser in alle Richtungen und riss Cleo den Zettel aus der Hand. Während die Katastrophenkoordinatorin den Brief überflog und erst allmählich begriff, welche schockierende Nachricht er verkündete, brach in der Vampiraula hysterisches Geplapper aus. Es sind die Normalos. Sie sind die Normalos. Es sind nicht Rebecca Rochelle und Venus. Es sind die Normalos. Die Normalos werden uns einschließen wie Tiere und jede unsere Bewegungen kontrollieren. Ich glaube keine Sekunde an diesen Normalo-Unsinn. Es hat im letzten halben Jahrhundert kein ernsthaftes Problem zwischen Normalos und Monstern gegeben. Wieso sollten die Normalos also plötzlich so feindselig sein? Die Antwort ist einfach. Das würden sie nicht, flüsterte Venus Rochelle, Rebecca und Cy zu. Du hast recht, aber wieso will uns jemand weismachen, dass es die Normalos sind? Ist ist euch aufgefallen, was Torali gesagt hat? Dass der Brief in Spinnweben gehüllt war? fragte Rebecca. Wir müssen diesen Spinnfäden folgen. Diese ganzen Spinnweben müssen doch etwas zu bedeuten haben. Als Rebecca, Rochelle, Venus und Cy unauffällig aus der vor Aufregung brodenden Vampiraula schlichen, folgte ihnen unbemerkt eine schattenhafte Figur. Draußen auf dem Flur bedeutete Venus den Freunden ihr zum Labor für verrückte Naturwissenschaften zu folgen, um dort in Ruhe weiter diskutieren zu können. Bei diesem ganzen Normalo-Unsinn geht es offensichtlich nur darum, unsere Angst auszunutzen. Tief im Inneren haben alle Monster Angst vor Normalos. Das ist ein Instinkt, murmelte Rebecca und setzte sich auf einen der Labortische. Eine kleine Dampfwolke bügelte die Knitterfalten aus ihrem Schlafanzug. Das stimmt, bestätigte Sai. Ein Zyklopen wird beigebracht, sich von Normalos fernzuhalten, nicht weil sie uns etwas tun würden, sondern weil sie uns nicht verstehen. An der Tür meldete sich eine sanfte Stimme zu Wort. Entschuldigt bitte, es gibt etwas, das ich euch erzählen muss. Spectra? sagte Venus verblüfft. Es hat etwas mit meiner anonymen Quelle zu tun, stotterte Spectra verlegen und schwebte mit flatterndem Nachthemd näher an die Freunde heran. Du meinst Toralee? fiel Venus ihr ins Wort. Toralee? Wovon redest du? fragte Spectra. Ich kenne Toralee schon seit Jahren und ihr könnt mir glauben, dass ich sie niemals als anonyme Quelle benutzen würde. Sie würde alles über jeden behaupten, nur um sich als etwas Besseres zu fühlen. Wenn es nicht Toralee war, wer war es dann? fragte Rochelle gespannt. Das Monster hat eine Maske getragen, aber ihre zarte Figur sowie ein einzelnes rotes Haar auf ihrem Outfit haben mich vermuten lassen, dass es Spectra verstummte. Miss Flapper, stellte Rochelle seufzend fest. Nur deshalb habe ich den Artikel geschrieben. Ich dachte, meine anonyme Quelle wäre eine Lehrerin, verteidigte sich Spectra schuldbewusst. Das kann ich gut verstehen, murmelte Rebecca und lächelte Spectra mitfühlend an. Aber das ist noch nicht alles. Ich bin ihr gefolgt, auf den Dachboden. Und, was hast du entdeckt? fragte Rebecca ungeduldig. Also, zuerst konnte ich gar nichts sehen. Da waren überall Spinnweben, berichtete Spectra nervös. Aber nachdem ich Schicht um Schicht weggerissen hatte, entdeckte ich eine Art Büro mit einer merkwürdigen Monsterrang Ordnungstabelle und Aufzeichnungen von einem geheimen Treffen. Und ich sage geheim, weil alle, die dabei waren, nur mit einem Codenamen verzeichnet waren. Außerdem lag dort sogar eine Kopie vom Terminplan unserer Schulleiterin, berichtete Spectra unbehaglich und verstummte einen Moment lang. In der Ecke? Nun mach schon! Was war in der Ecke? fauchte Rebecca. Dampf quoll ihr in dichten Wolken aus den Ohren. Ei, ei, eine Spinne! Das ganze Theater wegen einer mickrigen kleinen Spinne? knurrte Venus gereizt. Ich habe nie gesagt, dass sie klein war, verteidigte sich Spectra. Genau genommen war sie mindestens so groß wie ich, vielleicht auch größer. Moment mal, willst du damit sagen, dass wir einen Nachkommen von Arachne hier in der Monster Hai haben? fragte Venus bestürzt. Ja, ich glaube schon, antwortete Spectra leise und mit einem Nicken. Wenigstens wissen wir jetzt, wer Miss Flapper besucht hat, sagte Venus zu Rebecca und Rochelle. Kein Wunder, dass wir nie irgendwelche Spinnen gesehen haben. Es gibt nur eine, und zwar eine sehr große, stellte Rebecca fest, und der Dampf schoss nur so aus ihren Nasenlöchern. Was hat die Spinne gesagt, als sie dich gesehen hat? wollte Venus wissen. Sie hat in ihrem Netz geschlafen, berichtete Spectra. Ich hatte solche Angst, dass mein Kettengerassel sie wecken würde, aber zum Glück ist sie nicht aufgewacht. Pardonne moi, sagtest du nicht, dass dort auch eine Kopie des Terminplans von Schulleiterin kopflos lag? fragte Rochelle. Allerdings, natürlich habe ich mir in diesem Moment nichts dabei gedacht, aber als ich hörte, dass die Schulleiterin entführt wurde, war mir klar, dass ich jemandem davon erzählen musste, berichtete Spectra betreten und immer noch sehr mitgenommen von der Wendung der Ereignisse. Aber Wieso Uns? fragte Rebecca und ihr Dampf Ausstoß endete mit einem Zischen. Ich dachte, wenn ihr es geschafft habt, das Monster flüstern zu beenden, seid ihr auch die Richtigen, um Schulleiterin Bloodgood wiederzufinden. Meine Güte! quietschte Rebecca. Glaubst du wirklich, wir wären ihre größte Chance? Nichts gegen uns, aber diese Vorstellung macht mir Angst. Ich weiß genau, was du meinst, bestätigte Wienes seufzend. Leute, ihr müsst euch zusammenreißen, denn wir sind nicht nur die Richtigen, um Schulleiterin kopflos zu befreien. Wir sind ihre einzige Hoffnung, verkündete Rochelle ernst. Fortsetzung folgt. Auf Wiederhören bei Audible.